Musik 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 Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 3442 am 14. Juli 2024. Begrüße ich ganz herzlich Manu, Anne und Micha. Guten Morgen ihr drei. Guten Morgen zu einer. Und natürlich auch guten Morgen an euch alle da draußen, die ihr gemeinsam mit uns bruncht zu Games, Croissants und Liebe. Liebe. Ein bisschen krass und so ein bisschen dreckiger aussprechen. Games, Croissants und Liebe. Ein bisschen wie Herbert Gründelmeier oder so. Games, Croissants und Liebe. Wo man dann nicht weiß, was er jetzt wirklich sagt. Ich wollte euch zu Beginn, bevor, nee, nee, zu Beginn sag ich erstmal was kommt. Wir reden heute natürlich wieder über Games. Richtig gute. Habe ich hier in der Liste stehen. Über News. Es gibt den Mailbag. Und vorher wollte ich mit euch über einen Traum reden, den ich hatte. Nämlich erstmal, ich habe mein Versprechen gehalten und natürlich die Wii Fit Geschichte aufgebaut mit dem Balance Board, so wie angekündigt im letzten Cast. Nice. Und jetzt sind wir mit der Familie da immer drauf gestiegen morgens, haben uns wiegen lassen. Und da sind ein paar coole Sachen bei passiert. Nämlich A, ich durfte Mies von meinen Kindern anfertigen, gemeinsam mit ihnen, was eine supergeile Sache ist. Das hatte ich natürlich noch nie vorher so gemacht. Und bei Wii Fit, unser Joshua ist ja noch unter drei, also zwei Jahre alt und dann hatten wir ihn gewogen. Und da gibt es ein Special Feature in Wii Fit, wo dann die Eltern mit dem Kind auf die Waage gehen müssen. Und dann ist das so ein Baby-Mie. Das habe ich alles noch nie gesehen. Das war total revolutionär und cool, süß gemacht. Typisch Nintendo halt. Ja, typisch Nintendo. Und ich frage mich schon, was ist, wenn er jetzt drei wird, wächst dann der Mie auf einmal und darf dann auch endlich diese Trainingssessions mit Hula Hoop und so machen. Damit ist Marlene jetzt die ganze Zeit zugange. Die liebt Wii Fit Plus, was wir da aufgebaut haben. Und es ist ein riesig großer Familienspaß. So, und ich hatte einen Traum. Und dieser Traum war so einer der Game-Design-Träume, die ich manchmal habe. Ich weiß nicht, ob ihr die auch manchmal habt. Da träumt man so, als würde man ein Videospiel spielen oder sehen. Und das ist total die geile Idee. Da denkt man, man wacht auf und denkt sich, ich müsste das sofort aufschreiben. Das wäre so eine klasse Sache. Und dann hat man sich aber schon über die Hälfte vergessen. Beziehungsweise, wenn ich es aufschreibe, lese ich es einen Tag später und dachte, warum habe ich das aufgeschrieben? Das ist totaler Scheiß. Aber diese Sache, die wäre, glaube ich, genial gewesen. Und zwar war das so, dass das Mie-Konzept von Nintendo nie aufgegeben wurde, sondern weitergeführt wurde. Und der Mie genau weiß, was die Activity war von dir als Spieler. Und der kann dann immer mit dir so interagieren. Ich kam da, glaube ich, unterbewusst drauf, weil dieses Balance-Board ja ständig mit einem redet. So, hey, hast du schon gewusst? Tina hat sich registriert und will auch Wii-Fitness machen oder sowas. Oder man sieht die anderen irgendwie beim Jogging so rumlaufen und auch so Aktivitäten oder so Sprüche reinrufen. Und wie geil wäre es, wenn diese Mies halt wie so eine Steam-Activity alles gespeichert hätten, was du in deinem Gamerleben von Nintendo halt hättest. Und dann immer so Sachen zwischendurch sagen würde wie, hey, weißt du noch, vor genau zehn Jahren hast du das erste Mal Luigi's Mansion gegruselt. Und vielleicht sogar noch mit einem Screenshot oder sowas. Also wenn das noch viel detaillierter gewesen wäre, als es das ist und wenn es nie aufgegeben worden wäre, dann hätte Nintendo so den absoluten geilen Activity-Chart und so ein richtig geiles, innovatives Feature, was ja kein anderer irgendwie so bietet. Klar, du kannst bei Steam Activity dir ja angucken, was die anderen gerade gekauft haben, gemacht haben, was für Achievements sie haben. Aber damit könnte man spielerisch doch so viel besser umgehen, wenn man wirklich diese alternative Persona hätte, so wie es ja auch Facebook mal versucht hat. Also von einer Idee gar nicht neu gedacht. Aber wenn das wirklich mal gemacht worden wäre und funktioniert hätte, dann wäre das doch so ein total interaktives, cooles Feature. Aber ist das nicht einfach eine KI, die dich begleiten würde? Also zum Beispiel, also nicht nur, wenn man das ja weiterspinnt, wäre das, die wäre auch auf deiner Smartwatch und auf deinem Handy und auf deinem PC. Redet die ganze Zeit mit dir, so wie Miss Minutes aus Loki vielleicht oder aus Her, die Scarlett Johansson? Ja, fände ich auch beides nicht schlecht. Das ist aber ein bisschen creepy. Muss ich sagen. Fände ich ein bisschen creepy. Aber im Spiel wäre es doch geil, wenn du jetzt ein Final Fantasy spielen würdest und dich dein Mi dann auf einmal erinnern würde, wann du mal das erste Mal überhaupt irgendwann ein Final Fantasy gespielt hast. Das fände ich schon cool. Datenkrake. Datenkrake. Ja, hallo, es geht um Games, da finde ich das jetzt nicht so wild. Nee, es geht um Games, da finde ich das jetzt nicht so wild. Nee, es geht um Games, da finde ich das jetzt nicht so wild. Nee, es geht um Games, da finde ich das jetzt schon ein paar Daten haben, von mir aus. Bei mir würde mein Wii dauernd nur traurig sein. Du hast seit acht Monaten deine Switch nicht mehr angemacht, seit du deine neue GeForce hast. Ich könnte dir doch auch so tun, als hätte ich Raytracing. Komm wieder zurück. Das ist aber tatsächlich gar nichts. Wir haben ja jetzt die Wii U angeschmissen und womit wurde ich begrüßt? Mal sehen, wie sich dein Gewicht in den letzten 4.556 Tagen verändert hat. Oh Mann. Und dann bin ich nur so halbherzig auf die Waage gegangen, sodass er gedacht hat, ich würde nur 200 Gramm wiegen. Und dann irgendwie, huch, da hat sich aber was verändert. Und dann dieses legendäre, ich messe, ich messe. Also Wii Fit war schon eine geile Erfindung. Schade, dass das gar nicht mehr gibt, beziehungsweise es geht ja noch. Man muss es halt nur machen. Richtig cool. Ja, meine Switch ist wirklich nur noch degradiert für Mario Kart und mein Sohn spielt, glaube ich, zum dritten Mal Breath of the Wild und Tears of the Kingdom jetzt durch. Gleichzeitig parallel? Nö, nochmal direkt nacheinander. Achso, cool. Also so, das ist das Go-To-Game geworden, diese zwei Dinge. Und Mario Kart ist halt irgendwie quasi immer in Betrieb, wenn irgendwie Leute da sind. Aber das ist wirklich, ich spiele fast gar nichts mehr auf der Switch. Das ist echt krass. Eine der nervigsten Dinge übrigens, wenn man Mario Kart als Cartridge besitzt, dann muss man nämlich immer diese vermaledeite Cartridge suchen, wenn man das spielen möchte, anstatt es halt einfach zu starten. Das sollte so standard installiert sein. Das muss einfach überall immer sein. Und dem physikalischen Medium. Apropos physikalisch. Wir werden physikalisch im Lost Level sein, wenn die Opening Night Live der Gamescom stattfindet, Manu. Nicht wahr? Ja, haben wir ja schon ein paar Mal angekündigt. Haben wir jetzt auch finalisiert. Und wir machen das jetzt zusammen, die O&L Watch Party zusammen mit der Insert Moin Community. Also ihr seid alle herzlich eingeladen. Und mit der Hooked Community. Alte Veteranen und Veteraninnen der Community-Treffen auf der Gamescom werden sich erinnern. Wir haben ja schon sehr, sehr oft uns zusammen mit Robin und Tom und ihren Leuten getroffen. Immer im Park. Draußen gibt's auch ein paar legendäre Fotos. Oder draußen am Rhein. Und dieses Jahr machen wir das gemeinsam wieder Hooked und Insert Moin im Lost Level. Am Dienstag, am Abend der O&L. Ab 18 Uhr? Ab 18 Uhr, genau. Und ich glaube 20 Uhr oder 19.30 Uhr geht dann die O&L los. Das heißt, wir haben davor noch ganz viel Zeit mit euch zu quatschen. Danach natürlich auch. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, was Jeff Keighley da für neue Werbetrailer produzieren hat lassen. Und ganz viel Geld verdient. Genau, genug Zeit sich vorher, diese Trailer-Show schön zu trinken. Ganz genau. Im passenden Jean-Tornitsch. Und es sind ganz viele Leute da, die ihr aus Insert Moin und vom Insert Moin-Umfeld kennt. Also wir vier werden auf jeden Fall da sein. Dann Nina hat gesagt, sie kommt vorbei. Gloria hat leider keine Zeit, die ist unterwegs. Also zumindest ein Teil von Random Encounters wird auch da sein. Freut mich sehr. Robin hat natürlich gesagt, er kommt vorbei. Der ist ja nicht mehr ganz so aktiv hier bei uns mit den Lead News, weil wir das jetzt hier immer im Brunch haben. Aber er freut sich natürlich auch sehr, euch alle zu sehen, weil er auch mit seinem Studio auf der Gamescom sein wird. Robin ist da. Tom leider nicht. Tom ist nicht vor Ort, aber Robin wird da sein und seine Community. Und ein paar Special Guests werden sicherlich auch noch vorbeischauen aus dem Arbeiten im Insert Moin-Umfeld. Ich habe zum Beispiel, also sind jetzt auch relativ häufig dabei, aber Björn und Benni von Ink Ribbon Radio kommen auch vorbei. Also es sind einige dabei, die aus Insert Moin-Umfeld sind. Sag mal, Manu, was kostet das denn als Eintritt? Das ist ja eine Wahnsinnsveranstaltung. Dieser Teleshopping. Gut, dass du fragst, Michi. Also der Eintritt ist, es gibt keinen Eintritt, aber wir haben uns was überlegt. Das wird offen für alle sein. Also wir haben jetzt keine geschlossene Gesellschaft, sondern es können auch einfach so Leute vorbeikommen. Es wird auch als O&L-Watchparty angekündigt vom Lost Level, aber natürlich mit dem Hinweis, dass Insert Moin und Hooked da sein werden. Aber wir haben uns dann überlegt, alle Patreons und alle Steadys, die uns unterstützen, also sowohl Insert Moin als eben auch Hooked, gibt es dann zwei verschiedene Anmeldeseiten. Dann kriegt ihr natürlich, da ihr uns supportet, supporten wir euch an dem Abend mit einem Gin Tonic. Also äquivalent kriegt ihr dann zwei Bonds, könnt euch dafür auch zwei Kaltgetränke eurer Wahl besorgen oder eben ein Gin Tonic. Das haben wir mit dem Lost Level ausgemacht. Das geht dann auf unsere Kappe. Auf Insert Moins Nacken gibt es ein Gin Tonic für alle, die sich vorher anmelden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen, schicke ich im Discord noch rum und natürlich auch über Patreons und Steadys eine spezielle Anmeldeseite, wo ihr dann euch anmeldet. Dann gucken wir kurz, seid ihr Patreons und Steadys und wenn ja, kommt ihr auf die Gästeliste und kriegt dann vor Ort den Getränkegutschein von uns. Soll ich mich auch anmelden? Ich glaube, dich kann ich gerade noch zuordnen, ja. Das ist ja ein großartiges Angebot, Manu. Alles, was man dafür tun muss, ist auf patreon.com slash insertmoin oder steadyhq.com slash insertmoin ein Obolus dazulassen und zwar bei dem Tier 5 Euro? Ja, ja, alle Patreons und alle Steady. Alle Patreons, unfassbar. Und in den nächsten 20 Minuten gibt es noch ein gratis Messerset dazu. Oh, Messerset auf der Gamescom, ich weiß nicht. Die sind da ziemlich streng, selbst mit diesen, äh, habt ihr das mitgekriegt, dass neulich einer verhaftet wurde, weil er ein Cloud-Schwert dabei hatte, was über dieser gesetzlichen Länge ist. Dieses Schwert war halt aus... War das nicht ein Zelda-Majora's-Master-Sword? Ein Zelda-Majora's-Master-Sword, genau. Ein Masters-Schwert, genau. Aber bei der Gamescom gibt es auch immer eine Auflage. Also die Cloud-Cosplayer müssen immer irgendwie vorher anmelden, dass sie halt mit so einem Riesenknüppel da rankommen. Also ein Messerset bekommt er von uns nicht, aber in der letzten Woche zum Beispiel zwei Premium-Episoden. Nämlich einmal ein Interview zu Shim, hab ich das richtig ausgesprochen? Yes. Und... Shim, ja, ja. Unglaubliche vier geniale Indie-Snacks im Snack-Schnack, so haben wir es genannt. Genau, mit dem brandneuen Angerfoot zum Beispiel, was gerade rauskommt. Zum Beispiel. Und jetzt schnacken wir im Hauptgang über unsere Games, die wir heute mitgebracht haben. Und die gute Anne hat ein Spiel mitgebracht, das hab ich im letzten Jahr ganz, ganz viel gespielt, auch on Stream. A little to the left, Anne. Wie gefällt dir das? Oh. Ähm, ich... Das Ding ist ja manchmal, kennt ihr bestimmt auch, dieses Kuriose. Du machst so deine Steam-Library auf, hast tausend Sachen auf deinen Wunschzettel, hast aber auch noch tausend Sachen in deiner Bibliothek und denkst dir so, ja, okay, hol ich mir jetzt das Neues? Oder soll ich nicht vielleicht erst mal die Sachen durchspielen, die ich sowieso schon da habe? Dann war es aber so. Du hast ja nie wieder was, wenn du dich einmal für die zweite Option entscheidest. Das stimmt, das wäre eigentlich viel gesünder. Es war aber dann so, dass der Steam Summer Sale ja aktuell läuft. Und deswegen hab ich mir dann A little to the left geholt, was schon lange auf meinem Wunschzettel stand. Das gibt's auch schon seit 2022. Deswegen ist es kein neues Spiel. Und ich wollte das unbedingt machen, weil es einfach so ein Wholesome-Puzzle-Game ist. Und ich momentan halt viele, viele Sachen gleichzeitig mache, viel los ist in meinem Leben. Und ich dachte, okay, vielleicht probier ich mal was Neues aus. Powerwash kann ich ja auch jetzt ja jeden Tag spielen. So. Deswegen hab ich mir das Ding geholt. Und es hält eigentlich total, was es verspricht. Das ist ja super beliebt auf Steam. Also die Reviews gehen da ja richtig krass durch die Decke. Und ihr fragt euch vielleicht, was macht man da eigentlich? Es geht quasi um so alltägliche Haushaltsgeschichten, die so in Kapiteln unterteilt sind. Und es ist einfach wirklich nur sortieren, etwas stapeln, etwas ordentlich machen. Zum Beispiel hängen an einem Level schiefe Bilder an der Wand. Und ihr müsst sie einfach nur gerade rücken. Monk das Spiel. Monk das Spiel, ganz genau. Aber es ist halt nicht nur das, sondern es wird im Laufe des Spiels halt auch ein bisschen kniffliger. Also da sind so Sachen zum Beispiel dabei, da liegen so Bleistifte verteilt. Und ihr könnt euch dann überlegen, okay, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Soll ich die nach Größe ordnen zum Beispiel? Soll ich die nach Farbe ordnen? Oder soll ich die vielleicht nach Radierern? Also die haben am Ende immer so ein Radiergummi-Böppel. Und die sind verschieden abgenutzt. Also man muss auch immer irgendwie genau hingucken, was denn da jetzt eigentlich im Argen liegt. Also was wollen die Entwickler von mir? Was ist jetzt die Aufgabe? Und manchmal gibt es sogar mehrere Lösungswege. Da hast du dann, okay, ich ordne die jetzt erstmal nach Größe. Und das Spiel sagt, okay, super, das ist fein. Dann kriegst du einen Stern dafür. Siehst aber gleichzeitig, da ist noch ein Stern. Der ist noch nicht ausgefüllt. Das heißt, du kannst das Level nochmal machen und dir dann überlegen, okay, was wollen die denn jetzt noch von mir? Wie soll ich denn das jetzt anders lösen? Und das finde ich auch eine total coole Sache, dass man, also entweder sagt man sich so, okay, Hauptsache ich schaffe irgendwie das Level, um dann das nächste zu sehen und das nächste spannende Puzzle zu machen. Oder du sagst dir halt, okay, ich möchte jedes Ding so gut ich kann lösen. Ich möchte wirklich jeden Lösungsweg finden. Und dann ist man auch, finde ich, ganz gut beschäftigt, weil das sind nicht nur so Sachen, die so auf der Hand liegen und so völlig einfach daherkommen. Manchmal muss ich echt schon hart überlegen, was die eigentlich von mir wollen. Aber nicht in dem Maße, dass es mich dann wiederum stresst oder dass ich dann sauer werde, weil ich nicht drauf komme oder so. Sondern es ist alles schon noch im Rahmen und sehr angenehm tatsächlich. Ja, wer kennt das denn auch nicht? Man möchte ja seine Filmsammlung nicht nur alphabetisch sortieren, sondern vielleicht ja nach dem Nachnamen, Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Regisseurs oder dem Erscheinungsdatum oder dem Kinorelease oder je nachdem, ob du eine Special Edition hast, die ein bisschen dicker ist und natürlich weiter links im Regal ist oder halt weiter rechts im Regal. Genau diese Sachen sortiert man da. Das Stressigste, was ich in diesem Spiel immer gemacht habe, war die Werkzeugkiste zu sortieren. Die ist nämlich so komplett durcheinander. Da sind so dicke Schrauben, fette Schrauben, Holzschrauben, abgeknickte Schrauben, Muttern und alles so ein- oder zweifach. Und das liegt dann nur so quer rum und man muss es alles fein säuberlich in einen Werkzeugkasten einsortieren, der sogar die richtige Form für die abgeknickten Nägel hat. Wo ich mich immer frage, hey, diesen Nagel würde ich wegschmeißen in den Rest und nicht zurück in diesen Koffer packen. Ja, aber es findet sich für alles immer die richtige Form. Und ja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich bin ja ein Aufräum-Fanatiker. Ich mag es neat and tidy. Von daher war dieses Spiel immer leicht erst beunruhigend und am Ende dann sehr befriedigend für mich, egal was ich da aufräumen möchte. Unruhigend? Also aufgemacht und dann direkt Panik bekommen oder was? Naja, wenn da auf einmal die Nudeln sind und also es gibt zum Beispiel ein Nudel-Rätsel. Da hast du dann Spierli und Ragnelli und was weiß ich nicht noch alles und Spaghetti, wie die alle heißen. Pierli und die sehen ja alle ein bisschen anders aus und du musst sie dann entweder nach Größe sortieren oder halt nach Anzahl von Umrundungen in sich. Das wäre auch eine logische Sache, wie du das machen kannst und da erst mal drauf zu kommen, ist ja schon total weird. Aber ich kriege schon zu viel, wenn ich diese verschiedenen einzelnen Nudeln sehe, weil ich halt ja eigentlich einen Pack mit der immer gleichen Nudel habe und nicht einfach zehn verschiedene Nudelsorten auf einen Blick machen mich schon so ein bisschen. Ja, also manche Sachen, wenn man da wirklich so einen Kink für hat, dann kann das schon echt unangenehm sein, weil etwas nicht gerade ist oder nicht, wenn etwas nicht irgendwie, ne? Also wisst ihr, was ich meine? Manchmal hat man so ein komisches Gefühl, wenn man solche Sachen sich anguckt. Aber ich finde es ganz geil bei dem Spiel, dass du halt nicht nur diese Main-Story hast, wo du diese verschiedenen Kapitel abarbeitest, sondern es gibt ja auch noch ein Archiv, da sind weitere Level versteckt. Es gibt den Hausputz des Tages, da kriegt man so random Level an den Kopf pro Tag geschmissen, die man dann löst. Was passiert dann eigentlich? Also ich habe es ja gerade erst angefangen, deswegen habe ich jetzt erst zwei Level pro Tag quasi. Was macht, also man sammelt dann halt immer und das stand irgendwie unten dran. Ja, du kriegst einen Kalender, genauso wie bei WeFit, darfst du dir einen Stempel ja auch geben, wenn du jeden Tag das gemacht hast und wenn du am Ende einen Monat hast, kriegst du nochmal ein Sondersternchen im Menü und alles. Also die machen das schon ganz genau und wissen auch, wen sie damit ansprechen. A Little to the Left finde ich auch vom Titel ja so perfekt. Ist im Deutschen natürlich schwierig, wenn man es nicht so ein bisschen weiß, heißt das so ein bisschen nach links. Ein kleines bisschen nach links noch, dann passt es. Du, das ist genau der Satz, den ich in der Agentur immer gehört habe von unseren Kunden. Kann das Logo noch ein bisschen nach links, dann perfekt. Ja, und im Trailer zu dem Spiel ist so eine Katze, die mit der Nintendo Switch, also im Nintendo Switch Trailer dazu, die mit der Nintendo Switch spielt und am Anfang liegt die so perfekt gerade, ist wahrscheinlich sogar digital dahingelegt auf diesen Tisch, der aber realistisch aussieht. Und dann kommt diese Katze und fängt an, diese Switch so ein bisschen zu nudgen und dann liegt die halt so leicht schief und du denkst so, nein, mach das wieder gerade. Die spielt auch eine kleine Rolle im Spiel tatsächlich. Also manchmal kann man der so mit der Maus auf die Fote klicken, damit die nicht alles wieder unordentlich macht und so. Manchmal, wenn du das Level geschafft hast, dann macht die auch alles wieder kreuz und quer als kleines, lustiges, flauschiges Gimmick mittendrin. Also ich finde es bis jetzt großartig. Es ist eine total tolle Idee. Zu Recht erfolgreich. Es gibt auch schon zwei DLCs, die ihr euch als Kombipack, wenn ihr denn möchtet, dazu bestellen könnt. Ja, coole Sache. Echt eine coole Sache. Vor allem das erste Spiel. Max Inferno heißt es. Und die sind, glaube ich, nur zwei. Ein Mann und eine Frau. Zwei Entwickler. Max und Inferno halt, ne? Ja, genau. So heißen die nämlich. Man kennt die beiden, ja. Und ey, für ein Erstlingswerk ist das schon echt super. Finde ich ganz cool. Also bietet sich auch immer sehr gut an im Stream, um einfach so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen zu chatten und nebenbei halt was zu klicken. Und es ist auch lustig, wie der Chat dann darauf reagiert, weil die sehen manchmal Dinge, die sieht man überhaupt nicht und die sind halt komplett unwichtig. Und dann dreht der Chat auf einmal durch und man fragt sich nur, hä, wieso? Also alles super. Jeder Löffel, der liegt auch genau richtig. Ja. Großer Spaß. Großen Spaß. Den Manu, glaube ich, unter Umständen nicht so hatte bei Once Human. Das hat er sich angeguckt, Manu. Warum? Once Human ist ganz frisch und neu. Warum soll ich mir das nicht anschauen, Anne? Ich fand den Trailer intriguing. Oh Gott. Weißt du noch, als wir das gesehen haben, wir haben das doch, glaube ich, zu dritt gesehen und dann im Podcast besprochen, beim Summer Game Fest, da haben wir doch alle noch gesagt, Leute, das wird ein Scam. Eben. Und deswegen habe ich gedacht, schaue ich mir das gewissentlich, wie ich bin, an, damit ich euch im Brunch davon erzählen kann. Okay. Wir sind sehr gespannt. Was das für Umständen mit deinen Daten macht, besprechen wir noch in den News. Genau. Hat auch sehr ausgeglichene, in Tendenz negative Reviews auf Steam wegen dieser Sache, dass da sehr viel Daten gesammelt werden von NetEase. Reden wir nachher nochmal drüber. Jetzt erst mal das Spiel. Once Human. Also der Trailer sah sehr vielversprechend aus, weil von der Atmosphäre und von der Welt sieht es wirklich sehr, sehr cool aus. Es ist ein Free-to-Play-Spiel von einem neuen Studio namens Stary Studio. Und wir hatten ja in dem Trailer schon gesagt, die haben sich ganz schön viel vorgenommen. Also das sieht so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an dieses, oh wie hieß das, The Day Before oder was sowieso. The Day Before, was ja so ein wirklicher Scam war. Und das kann ich zumindest sagen, Once Human ist kein Scam. Es ist ein wirkliches Spiel, es funktioniert, es macht auch Spaß, es ist noch nicht fertig, aber es hat so ein paar Ecken und Kanten, klar. Aber es ist das, was es verspricht, nämlich ein Open-World-Multiplayer-Crafting-Survival-Shooter. Also so ein bisschen Division ist drin, aber auch so ein bisschen Zombie-Gedöns und aber sehr viel auch koreanisches, Lovecraftschige, mysterische Monster. Also da sind durchaus auch Feinde drin, die zum Beispiel eine Lampe, also eine Theaterleuchte als Kopf haben. Oder irgendwie ein Bus, der auf einmal anfängt zu laufen, weil er Füße kriegt und solche Geschichten. Also das Monster-Design ist wirklich großartig in diesem Spiel. Es ist wirklich sehr, sehr cool in diesen verschiedenen Biome. Das ist dann alles von Stardust irgendwie verseucht und so. Und da dann sind nicht nur die klassischen Zombies eben unterwegs, sondern auch wirklich ganz wilde und skurrile Kreaturen. Und es ist alles auch so ein bisschen mit so einer Meta-Ebene, also wo du kannst dann immer so eine Taste drücken und so scannen. Und dann kannst du eben auch so Überbleibsel sehen, wie man es bei The Division eben auch hatte, ja, diese Erinnerungsfetzen und so. Oder hast dann wie so eine kleine Quest, da musst du irgendwie so einen Teddybär finden. Und wenn du diesen Teddybär dann in so einen Zirkel legst, wo so acht so andere Teddybären schon sind und dann der neunte Teddybär da dazukommt, dann siehst du eben die verstorbene Seele von so einem Kind, was dir dann wieder einen Hinweis gibt und so. Also es ist schon cool gemacht. Funktioniert wirklich ganz cool. Und die Atmosphäre und die Stimmung kriegen sie genauso rüber, wie es in dem Trailer auch da ist. Was jetzt halt so ganz typisch ist, es ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Es ist nicht ganz so schlimm, was die Monetarisierung angeht. Also du kannst alles ganz normal spielen und freischalten. Du hast halt sehr viel kosmetische Sachen, die du dir dann kaufen kannst. Aber ich habe jetzt sechs, sieben, acht Stunden oder so gespielt und bin jetzt an keine größeren so Nudges gekommen, was irgendwie kaufen oder so angeht. Man hat auch überhaupt nicht das Gefühl, man müsste schon irgendwas kaufen, wenn man halt am Anfang so viel zu tun hat. Du kannst halt ganz normal wie typisch bei diesen Survival- und Crafting-Spielen fängst halt an mit Bäume fällen, Erz abbauen und so weiter. Und baust dir dann so eine kleine Basis. Und du kannst halt selber so entscheiden, wie viel Basenbau will ich jetzt machen? Will ich das erstmal jetzt komplett als so ein Häuschen und Hütte hinstellen? Kriegst dafür Erfahrungspunkte oder gehst du halt auf Missionen? Du hast dann halt die Hauptmission, die Story-Mission, die dann so Shooter-artig funktionieren. Also ganz klassische Third-Person-Shooter. Du kannst auch in so eine First-Person-Perspektive wechseln und besser ziehen können. Immer? Immer. Okay. Aber du kannst nicht dauerhaft in die First-Person wechseln, sondern nur zum Kriegen. Ah, okay. Und zum Bauen? Zum Bauen bleibst du in der Third-Person, ja. Okay. Und hast da tausend Optionen, wie du dann deine Häuser da errichten kannst. Und am Anfang baust du halt diese typischen Sachen wie, keine Ahnung, eine Schmelze, ein Verschrotter, wo du dann postapokalyptisch eben alles, was du so findest an Schrott in den Häusern und Buden und so, den ganzen Loot kannst du da reinschmeißen, um halt Basismaterialien rauszukriegen. Ist Multiplayer, also PvE, aber du kannst auch auf einem PvP-Server, ich bin jetzt auf einem PvE-Server gegangen, da sind irgendwie 5000 Leute aktiv. Und es sind ihre eigene Engine. Also dieses Derry Studio, wie gesagt, Unterfirma von NetEase, haben da ihre eigene Engine für gemacht, weil sie eben für PC und Mobile gleich direkt rauskommen wollten. Und soll dann jetzt auch noch nachgereicht werden für Konsolen. Und hat laut SteamDB-Database-Gedöns relativ viele Player aktiv gehabt. Also 130 waren es, glaube ich, jetzt zum Launch. 130.000 natürlich. Und ich glaube, es wird eine kleine Fan-Community geben, die da Spaß drin hat. Also mir macht es erstaunlich sehr viel mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Also wenn man da jetzt irgendwie sich zwei, drei Leute schnappt und mit denen zusammen dann da seine Basis ausbaut. Und generell halt... Dann gibt man lieber Wahlheim mit mir. Ja, aber was ich halt hier mag, ist halt wirklich diese postapokalyptische Mystery-Atmosphäre. Die macht mich schon an. Das sieht schon gut aus. Und dazu die Frage, spielt das quasi im fiktiven Amerika? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das sieht so von den Screenshots aus. Nee, also die Leute sind alle sehr koreanisch. So typisch Anime, Babyfaces und so, weißt du, ganz glatte Haut und so, wie man sie sich halt vorstellt. Du hast am Anfang auch sehr viel so Story-Missionen, wo dich dann so eine typische Anime-Frau dann halt begrüßt. Die schwebt so leicht über dem Boden und erzählt dir irgendwas. Ich habe das relativ schnell weggeklickt, weil die Story ist wirklich Hanebüchen. Und sie ist auch noch nicht so besonders gut übersetzt. Also du hast manchmal so Sätze dabei, wo du denkst, hä? Sollte es jetzt schwurbeliger Lore sein? Oder ist es irgendwie lost in translation? Da war der Übersetzer besoffen. Ja, also du siehst auch noch, die Umlaute sind noch nicht richtig drin. Das Ä ist überall groß und so. Also wie gesagt, man hat so ein bisschen das Gefühl, es gab schon ja zwei Beta-Testphasen. Aber es ist auf jeden Fall noch ein bisschen ruckelig, so was den Start angeht. Aber es ist kein Scam. Ja, es funktioniert. Es ist ganz witzig geworden. Das Ballern macht tatsächlich Spaß. Ich fühle mich so ein bisschen wie Dylan, heißt er, oder? Aus The Walking Dead, weil ich die ganze Zeit mit so einer Armbrust rumgehe. Die kannst du dann natürlich auch upgraden. Und dann findest du halt neue Blaupausen und so weiter. Also irgendwie hat es mich ein bisschen angehuckt. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht den Podcast hätte und irgendwie zwei, drei Freunde überreden könnte, da mitzumachen, würde ich mich da schon ein bisschen drin aufhalten können wollen. Du meinst Daryl, ne? Daryl. Heißt er Daryl? Daryl, glaube ich. Daryl, glaube ich auch. Genau, oder? Ja, ich bin so schlecht mit Namen. Daryl, ja. Und ja, also ich war ja voll darauf eingestellt, dass ich jetzt hier richtig schön vom Leder ziehen kann, was für ein Schrott das wieder geworden ist. Aber tatsächlich nicht. Okay, ist ja dann sehr interessant. Gut, dass du es dir angeguckt hast. Jetzt überlege ich trotzdem noch, sollte ich da auch nochmal reingucken? Oder sagst du, ne? Also du bist ja verwöhnt jetzt auch durch dein Wahlheim und du hast da ja da eine Community und so. Also wenn es dich jetzt vom Setting her interessiert, klar, ich meine, es ist free to play. Go for it. Ja, das finde ich ja gerade das, was mich eher abschreckt. Aber es, also ich würde sagen ... Wie ist denn das Gunplay? Ich würde sagen, nö, weil es gibt halt für alle Aspekte, die da drin sind, bessere Sachen. Ja, also Gunplay ist besser in Division. Oder ich finde auch, dass Gunplay ist in The Last Descendant oder The First Descendant sehr viel besser. Also dann geh lieber mit mir eine Runde in The First Descendant drehen. Das haben wir ja auch gleich noch in den News. Oder hatten wir letzte Woche in den News. Da gab es übrigens was, dass die die Icons geklaut haben von Destiny, gell? Habt ihr das mitgekriegt? Ja, Gott, Gott, Gott. Nee, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendjemand hat gesagt, hey, das sind doch genau die gleichen Icons. Das Spiel ist nicht nur so vom Gameplay her total wie Destiny. Das sind sogar die Icons identisch. Und dann haben Leute rausgefunden, okay, das ist halt so ein Icon-Pack. Aber die haben jetzt sofort reagiert und tauschen die Icons aus, dass es ein bisschen weniger nach Destiny ist. Und jetzt weiß niemand mehr, was er drücken muss. Nein, also ich glaube, für dich lohnt es sich nicht, weil du bist mit Valheim und solchen Survival-Spielen einfach verwöhnt, die deutlich besser, was das Crafting angeht und so funktionieren. Und das Gunplay ist okayisch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, muss man deswegen unbedingt spielen. Aber so einmal durch diese Weltrennen und diese Biome zu sehen, also ich finde gerade das Monster-Design ganz cool. Ich hätte es halt gerne ein bisschen tighter. Also ich hätte gerne diese Welt und diese Apokalypse wirklich als linearen Shooter. Das würde mir dann, glaube ich, besser gefallen. Wie kriegt man denn den Fernseher auf den Kopf? Muss man dafür dann 10 Euro bezahlen? Da gibt es in dem Trailer jetzt einen Charakter. Die Feinde haben das. Die Feinde sehen so aus. Ah, oder auch wie kleine Mädchen. Das sehe ich hier auch im Trailer. Ja, das ist zum Beispiel die eine, die mit dir dann da kommuniziert am Anfang. Aha. Also, ja, doch. Ich muss sagen, ich finde schon, das hat was. Ich glaube, ich lade das doch mal runter. Das Design ist okay. Interessant. Interessant. Ist denn auch Michas Game für diese Woche interessant? Kinitopet. Oder ist das Kinitopet-Flasche? Was für eine Anmoderation. Ja, klar ist das interessant. Ich habe das da reingeschrieben, weil ich das interessant finde. Ja, das ist selbsterfüllend. Selbsterfüllend. Das ist, ähm, kennt ihr noch Klippi? Ja, klar. Klippi? Ja, hä, natürlich. Du meinst den von Word? Ja. Ja. Und wie findet ihr Klippi so? Nervlich. Mega geil. Mega geil. Okay. Ja, dann je nachdem, wie ihr Klippi findet, werdet ihr eine Verbindung, eine emotionale Verbindung zu Kinito aufbauen können. Denn Kinito ist so ein ähnliches Maskottchen. Sieht aus wie so ein kleines, ähm, ja, Viruswesen, aber süß. Ist so auf dem Desktop drauf, spricht mit euch, sagt Hallo, ich bin Kinito und ich versuche dir zu helfen und ich bin dein Freund. Und so, so ein bisschen wie man das von Klippi kennt. Und, äh, Kinito Pet ist ein, äh, psychologisches Horrorspiel, das auf einem virtuellen Desktop spielt. Ach, spannend. Geil. Kennt ihr diese virtuellen Desktop-Mam? Ich liebe die virtuellen Desktop. Ja. Ja, Mann. Das sieht, also Windows, also ihr müsst euch das vorstellen, Windows 98 oder, nee, das ist schon XP, ne? Das ist nicht XP, das ist so XP der Hintergrund mit dem grünen Hügel. Es ist nicht, ja. Das ist XP. Ja. Ich finde, das ist, es schwankt irgendwo dazwischen. Also ein paar Programme erinnern so an 95, aber XP ist sicherlich mit dem Hintergrund auch so dabei. Also ihr startet es und ihr findet euch dann auf einem virtuellen Desktop wieder. Das ist ganz cool. Und, ähm, dieser virtuelle Desktop, der sieht halt eben aus wie so ein sehr früher, ich würde sagen, so zwischen 90er und 2000er PC, ähm, der schon davon ausgeht, dass eure Internetverbindung jetzt nicht so wahnsinnig schnell ist und so. Auf dem Desktop die üblichen Programme, da ist Paint, da ist 3D-Pinball, äh, Minesweeper, äh, ein Browser und so weiter und so fort und all diese Sachen sind, äh, quasi simuliert plus nur Uhr und so. Und, äh, Kinnitopad ist ein, so ein Programm, ähm, mit einer kleinen KI, mit Kinnito. Und Kinnito ist am Anfang unheimlich süß, deswegen habe ich Krippi gesagt, ne? Also Krippi fand ich auch immer eher so am Anfang faszinierend, aber je älter ich geworden sind, desto creepiger finde ich den. Kinnito macht so ähnliche Dinge. Er ist so eine kleine Sprechblase und der redet dann mit euch und sagt so, hey, ich bin Kinnito und ich bin hier, um dir zu helfen und lass uns doch mal ein kleines Spiel spielen und so weiter und so fort und es fängt alles ganz harmlos an. Und, äh, am Anfang, ähm, ist das so, dass, äh, Kinnito, ähm, euch dann anbietet, Spiele zu machen und sowas und, äh, man merkt aber sehr, sehr schnell, ähm, nach kurzer Zeit, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, Kinnito macht dann irgendwann sehr merkwürdige Kommentare, ähm, die sehr einnehmend sind. Also, basierend auf deiner Web-History. Ja, basierend auf deiner Web-History. Das Clevere ist nämlich, dass, äh, dieses Spiel halt auf ein paar Daten auf deinem Computer auch zugreift. Also, ähm, die, 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 ich will nicht zu viel verraten. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen spoilerfrei drum zu schwadronieren, aber das Spiel weiß mehr über dich, als du denkst und baut das geschickt in dieses ganze Geschehen ein. Also, du siehst da die ganze Zeit diesen virtuellen Desktop, es tauchen aber immer wieder so kleine persönliche Sachen drin auf, zum Beispiel dein Vorname oder andere Aspekte oder deine Location oder so. Und das geht, ähm, das bleibt nicht die ganze Zeit auf diesem Desktop, sondern es werden halt die ganze Zeit virtuelle Programme geöffnet, auch teilweise 3D-Programme, ähm, wo man sich auch drin bewegen kann und so. Und, ähm, es wird natürlich zunehmend unheimlicher und dadurch, dass ein paar persönliche Informationen von dir auftauchen, die von deinem echten Computer kommen, durchbricht das relativ schnell auch die vierte Wand. Und das ganze Spiel geht ungefähr eine Stunde, ein bisschen länger vielleicht, und, äh, da sind so ein paar Momente dabei, die wirklich, wirklich creepy sind, weil du einfach nicht damit rechnest. Und was das Ganze so gut macht, ist, dass das Knito wirklich aussieht wie eins, eins dieser Tamagotchi-KI-Assistenten, die man wirklich früher auf dem Desktop hatte. Da gab's halt diese virtuellen Assistenten, so wie Klippi oder andere, und der stüpft am Anfang aus so einem Ei, aus so einem pinken Ei und stellt sich vor und schwebt auch immer so über den Desktop, also den kann man so verschieben, nach links und rechts sieht man das halt, was man im Programm so früher kennt, und das ist halt so ein 3D-Avatar, aber der schiebt sich halt auch über andere Fenster drüber und so, und man vergisst relativ schnell auch, dass, dass es ein virtueller Desktop ist. Also man gewöhnt sich relativ schnell an das Ganze dringend so, und interagiert damit, ähm, mit Maus und Tastatur ganz normal, als wäre es halt ein richtiger Computer, und, äh, das, das, irgendwann ist diese Illusion, also nach 10 Minuten war ich wirklich drin, nach 10 Minuten hatte ich das Gefühl, ich sitze... Das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl die Fake-Scan-Lines sehr, sehr schlecht aussehen, die ich hier auf den Screenshots sehe. Ja, also wobei, das ist vielleicht noch das, das ist vielleicht noch das, was, was dich noch ein bisschen trennt von dem Ganzen. Und das ist clever. Also es arbeitet mit so Stream-Mitteln, die man aus dieser Zahl kennt, also zum Beispiel Pop-Ups, wenn man Webseiten surft, äh, Pop-Ups, die einfach sehr gruselig sind und dann einfach irgendwo auftauchen. Ähm, es gehen ständig irgendwelche Fenster auf, also auch Konsolen-Commands gehen zum Beispiel auf und unheimliche Sachen drin stehen drin. Und das Coole an dem Spiel ist, dass es sich auch nicht für dumm verkauft. Also es läuft, äh, es gibt so andere Virtual-Desktop-Spiele, die spielen sich quasi wie von selbst, aber das Spiel will halt schon, dass du möchtest, dass du ein bisschen forschst auch und dass du ein bisschen in der Dateien gräbst und dass du zum Beispiel ein paar Informationen auch in Textdateien findest. Und, ähm, das Ende ist auch dann insofern nicht vorbestimmt. Also je nachdem, wie gut du die schlägst und wie viele Hinweise du gefunden hast, kriegst du halt am Ende auch, äh, ein anderes Resultat aus dieser ganzen Geschichte raus. Finde ich sehr gut. Also ein kleiner Tipp, ähm, für Leute, die diese Virtual-Desktop-Sachen mögen. Und generell eine coole Entwicklung, die es allgemein im Horror-Genre gibt. Also dieses Spiel kommt von einem Entwickler namens Troy N. Ähm, und er ist, äh, jetzt mittlerweile in dieser Community bekannt. Aber es gibt andere Spiele, die auch in so eine ähnliche, äh, Sparte gehen. Zum Beispiel Home Safety Hotline. Kennt ihr das? Mhm. Ich seh's gerade. Habt ihr, die anderen, habt ihr davon schon mal gehört? Ähm, Home Safety Online ist auch ein Virtual-Desktop-Spiel, wo du, ähm, in einer Hotline sitzt, wo Leute dich anrufen und merkwürdige Phänomene in ihrem Haus beschreiben. Oh Gott, oh Gott. Ja, am Anfang fängt das noch ganz harmlos an. Das ist eine geile Idee. Das ist so gut, ne? Es ist, also du kriegst einen Anruf und dann am Anfang ist das so, ja, ich hab keine Ahnung, hier ist irgendwie, äh, beim Haus ist ein Rohr kaputt, was soll ich machen? Und dann kannst du dann halt aus deinem Katalog auswählen, so wie du es halt, wie das halt ein Service-Mitarbeiter macht. Und aus diesen vorgefertigten, ähm, Aufgaben kannst du dann irgendwie eine Antwort auswählen. Und dann werden diese Sachen dann immer creepier. Ja, ich hab irgendwie so einen, so einen schwarzen Beschlag auf meinem Dach und ich weiß nicht so richtig, was das ist und das geht seit drei Tagen nicht weg. Was kann das sein? Und dann musst du rausfinden, was das genau ist, also das Identifizieren, den Leuten einen Tipp geben. Und je nachdem, ob du die richtige oder die falsche Antwort ausgewählt hast, entwickelt sich die Geschichte halt auch entsprechend weiter. Und das ist ein Sub-Strainer, was jetzt richtig gut abgeht. Also, äh, es sind nicht so viele Spiele in dieser Richtung, ähm, aber die, die da sind, äh, sind, äh, haben immer so ungewöhnliche Ideen. Und ich fand, äh, Kenito Pad sehr cool, weil es diesen Nostalgie-Faktor aus den frühen oder späten 90ern sozusagen irgendwie anfängt. Ich meine, wir hatten, man kann halt sogar wirklich 3D-Pinball spielen. Das hat, das ist total gekriegt. Ja, aber da muss ich, da muss ich als alter Tech-Nerd nochmal eingehen. Also, es ist definitiv nach 2000 der PC, der da simuliert wird, den wir da sehen. Es ist definitiv XP. Das andere, was du jetzt gesagt hast, ist das Home Safety Hotline. Das würde ich so in den, äh, vielleicht 94 einsortieren. Das sieht dann so erste Windows, ja, Windows 95 vielleicht mäßig aus, ja. Ja, ist auch sehr, sehr gut. Das, äh, die kann man auch... Hast du das auch schon gespielt? Ja, ich habe die beide gespielt, ja. Ah, krass. Sehr gut. Äh, sehr gute, interessante Erlebnisse, äh, die auch nur, am PC natürlich funktionieren. Ja, klar. Also, es sind jetzt keine Steam Deck-Spiele natürlich, weil du auch Tastatur und Maus brauchst. Ähm, aber eine super interessante Erfahrung, die, äh, ja auch nur funktionieren kann, wenn du, ähm, eine gewisse Nostalgie damit bringst. Also, es ist eine sehr, sehr schmale Zielgruppe, die damit angesprochen wird. Aber ich glaube, bei denen geht das richtig auf. Und, und, es ist, ich finde, ähm, diese Überraschung auch immer gut. Also, Kinnito-Pad mischt dieses harmlose, niedliche mit richtig finsterem Horror. Also, also... Und eine Zukunftsvision, ne? Also, dass sie, äh... Ich glaube, 18 freigegeben. What? Ja. Sieht man nicht. Für brutale Gewalt steht dran auf Steam. Ist auch krass. Also, äh, das ist auch überraschend. Und trotzdem muss ich sagen, also, es gibt jetzt mittlerweile Kinnito-Klischis. Und, äh, auch nicht mehr sonst. Weil ich, weil, also diese, weil der ist halt irgendwie auch süß. Äh, ne? Also, ich will nicht sagen, was er sonst so macht. Ist schon creepy, das Ding. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht anders. Und findest du ihn irgendwie auch niedlich. Und dieses ist so eine merkwürdige Mischung aus den beiden. Und, ähm, sollte man aber auch ernst nehmen, die Warnung. Also, ist ab 18... Es ist, es ist halt so diese Art von Spiel, die das auch ein bisschen faked. Also, es ist halt so ein bisschen wie dieses, ähm, äh, Literal Club. Literal Club. Ja. Duki Duki. Duki Duki, genau. Was ja auch total täuscht. Kennt ihr das? Habt ihr das gespielt? Das kann man ja auch nicht gespielt, ja. Ja, genau. Sofort weiß. Also, es sind Spiele, die man auch insofern schlecht vermarkten kann. Deswegen, äh, speitere ich so ein bisschen um diese kleinen Details rum. Ich kann aber versprechen, es ist eine... Es ist das Erlebnis wert. Ähm, ich sag noch... Ja, sag, Anna. Nee, ich wollte nur wissen, weil Duki Duki ist ja etwas, was ich zum Beispiel nicht spielen konnte, weil mir viele gesagt haben, das wird dich hundertprozentig triggern. Mhm. Und wie ist das mit Kenito Pet? Also, ja, exzessive Gewalt, okay, damit kann ich umgehen. Aber sind da auch so, sind da auch so Sachen drin, die, ähm, ja, psychologisch halt sehr fragwürdig sind oder schwierig zu verarbeiten? Ich denke nicht. Okay. Also, ich denke, äh, es ist nicht wie Duki. Äh, Duki hat ja eine ganz klare psychologische Ausrichtung, die, wie ich, sag ich da, spoilerfrei, die geht so Richtung Silent Hill bei Duki, ne? Ähm, wenn man so, äh, so die, äh, die Charaktere analysiert. Und Duki ist ja auch krass, was, äh, das betrifft. Und, äh, bei Kenito Pet geht das nicht in diese Richtung. Hat auch nicht dieselben Themen. Also, da geht's auch nicht um, ähm, dieselben psychologischen Themen. Da geht's eher so Richtung unheimliche Bilder und, äh, ja, ich glaube schon, dass ich das spielen kann. Micha, mal wieder Algorithmus-Check. Ja. Ähnlich wie Spiele, die Sie gespielt haben. Papers, please. Äh, 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 äh. Weil Papers, please ist, ist, ist ja kein, ja, gut, du machst so Verwaltungs-, also, das passt, ist, dass du viel mit der Maus natürlich machst. Ja. Aber Papers, please ist ja auch insofern ein virtueller Arbeitsplatz. Kann man argumentieren? Naja, auch eher so ein Story-Ding. Also, der wohnt schon in Paper's Please, wohnt ja auch schon eine Geschichte in. Ja, Paper's Please ist ja auch wirklich keine Desktop-Personal. Also, ne, würde ich nicht vergleichen. Verwaltungsaufwand vielleicht, aber... Dann finde ich es aber vergleichbar. Anyways. Oh Gott, kann irgendjemand überleiten zu meinem Spiel? Ne, ne? Wir gehen jetzt alle unter. Ich versuch's, ich versuch's. Alles geht unter. Wir können's ja mal versuchen. Ja? Ja, ähm... Psychologisch ist es schon, muss man sagen. Zumindest der erste Teil Subnautica war auch sehr gruselig. Fand ich überraschend gruselig. Ist das eine Überleitung? Ja, warum nicht? Also, ja, der Leviathan oder der Leviathan, der am Bug der Aurora herumspukt, der hat ja, glaube ich, jeden irgendwann mal in Subnautica erwischt und ziemlich erschrocken. Aber ich hab Below Zero aus einem ganz anderen Grund jetzt angeworfen. Und zwar hatte ich mir das aufgespart. Ich war sehr begeistert, als ich Subnautica 2022 nachgeholt habe und hab mir das quasi aufgeschoben, aufgehalten, bis genau dieser Moment, den wir jetzt gerade erleben, gekommen ist. Ähm, nämlich diese wahnsinnige Hitzewelle, die wir ja alle gerade erleben. Und da ist für mich Subnautica so das absolut perfekte Sommergame. Während ich vor dem Monitor schwitze und das Ganze ja auch im Stream mache, tauche ich dann ab und Below Zero ist ja noch mal kälter als Subnautica, einfach nur das kühle Nass, denn in Below Zero sind wir da ja am Nordpol von diesem gleichen Planeten und gehen halt unter die Eisschicht. Und bei mir löst das wirklich sowas aus, wie dieses, ähm, wenn du dir vorstellst, was zu essen, dann verschwindet dein Hunger. Und so ein bisschen funktioniert das bei mir mit Subnautica tatsächlich auch. Wenn ich da diese Wasser, wie sich das anfühlt, wie sich das anhört, ich sag schon anfühlt, aber es hört sich ja nur an, dann fühlt es sich für mich schon fast so an, als würde ich selber ins Wasser springen. Das haben die Entwickler von Unknown Worlds so unfassbar perfekt hingekriegt. Diese Atmosphäre von Subnautica und Below Zero ist für mich jetzt wieder wie so nach Hause kommen. Ich tauche da ein, ich fange an, die ganzen kleinen Steinchen anzuklopfen, um die ganzen Ressourcen zu kriegen und, äh, fange an, meine erste Basis aufzubauen, kriege vielleicht so Distress Calls, um dann, äh, ja, der Story zu folgen, die ja in Below Zero ein bisschen straffer ist und, äh, auch eine ganz andere Handlung erzählt. Man sucht da ja die vermisste Schwester, äh, und spielt da eine weibliche Protagonistin und, äh, trifft dann in dem, auf diesem, in diesem Nordpol-Bereich auf eine, äh, auf einen weiteren Charakter, sage ich einfach mal, ohne jetzt da zu spoilern zu wollen. Und, ähm, es macht im Endeffekt ja genau das gleiche wie schon das Hauptspiel, das, äh, ich weiß nicht, wer von euch das alles gespielt hat, äh, Michael ja anscheinend auf jeden Fall. Ja, ja, großartiges Spiel. Großartiges Spiel. Ja, also Subnautica ist ganz, also ich, ich fühle, es ist immer so schwierig, äh, wenn man so eine ewige Top-Ten-Liste oder so, hatte ich ja jetzt auch schon ewig, aber ich glaube, ich komme da nicht mehr drum rum. Inzwischen wäre Subnautica bei mir in den ewigen Top-Ten. Also auch, so Outer, Outer, Wilds und Subnautica. Ich finde es geil, sollen wir das mal machen? Ich habe auch eine ewige Top-Ten, die sollten wir uns alle mal gegenseitig vorlesen in so einem Cast. Also Stand 22, 24, ja. Wet the Sexy Empire auf die ein. Natürlich. Leisure Suit Larry auf die zwei. Ich finde das so gut. Ich finde das ein tolles Thema. Anyway, wir schweifen ab. Ja, aber das ist im Endeffekt durchaus das Thema. Ich will ja jetzt nicht erzählen, wie Subnautica Below Zero ist. Das ist ein Spiel, was vor zwei Jahren erschienen ist, das Add-On. Ich will im Endeffekt nur sagen, wie schön es ist, diese Erfahrung, tauchen, abtauchen und wie, was das mit der eigenen Psyche machen kann und wie da das Spiel einen quasi abholt oder mich abholt. Ich hatte selten so viel Bock auf ein Spiel und ein zweites Spiel in dem gleichen Atemzug ist für mich auch immer so ein Summer Game, wenn es zu heiß wird, immer Wave Race 64. Wenn es Wasser plätschert und dann so gut, glaubhaft für mich umgesetzt ist, es ist ja auch physikalisch richtig gut umgesetzt. Also man kann ja zum Beispiel einen Subnautica dann in diese Boliden rein, in diesen Sea Glider und dann so nach oben schwingen, springen aus dem Wasser und dann ist es fast wie so ein Wave Jet Ski kurzzeitig. Und bei Wave Race halt auch, ich finde das so genial, so ähnlich ist es auch mit Schnee manchmal, da kann es auch richtig gut funktionieren. So Frostpunk zum Beispiel, der Schnee, der hat mich auch komplett abgeholt. Das ist perfekter Schnee gewesen und in Subnautica ist es perfektes Wasser. Und ich freue mich jetzt einfach darauf, ich kann jeden Schritt genießen, weil ich ja auch die Rezepte im Endeffekt schon aus dem Hauptspiel noch weiß und ich glaube, das ist das, was ich auch schon häufiger mal gesagt habe, wenn man sich wirklich zurücklehnen kann und sagen kann, oh, jetzt genieße ich hier jeden einzelnen mechanischen Schritt, obwohl ich weiß, was mich ungefähr erwartet und ich kann aber jede kleine Überraschung, die dann auf dem Weg vielleicht passiert, umso mehr genießen. So ein richtiges Feel-Good-Game inzwischen ist Subnautica für mich geworden und ich glaube, ich werde das noch sehr viel öfter spielen. Ich habe das auch. Ich habe das auch, so Summer Games spezifisch. Ich liebe es im Sommer Super Mario Sunshine zu spielen. Ja. So wie das mit dem Putzen? Ja, klar. Quasi. Ja, auf der Insel. Genau, mit den komischen Nasenmenschen. Exakt das ist es. Und ich finde das auch, das alleine der Vibe so, ich spiele auch einfach gerne aufgrund ihres Vibes, also ob die Holzem sind oder ob die eher psychologischen Horror oder sowas haben, ist irgendwie total wichtig für die jeweilige Stimmung, in der ich bin. Und im Sommer so ein richtig geiles Summer-Game einfach zu spielen, wo, also es muss ja noch nicht mal irgendwie Sunshine sein, sondern es kann ja einfach nur die Thematik haben, okay, man ist irgendeine Person, die gerade draußen irgendwo rumläuft, in einem Ferienort zum Beispiel oder so. Eigentlich alles, was so ein bisschen sommerlich anmutet, da bin ich sehr, sehr offen für im Sommer tatsächlich. Das ist so ein Bedürfnis, was auf einmal erfüllt wird. Subnautica ist für mich wie eine Eiscreme zu essen, so ungefähr. Ich suche Entspannung oder halt Erfrischung und dann mache ich Subnautica an und dann bin ich da. Ja, bin ich da. Bin ich da, bin ich fertig. Doppelpass alleine, vergiss es. Bin ich da. Ja, wird schwierig, wird schwierig. Gut, kommen wir zum Dessert, zu News und Mailbag. Der Game Pass wird teurer, Leute. Habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Microsoft braucht unser Geld, sonst werden sie bankrott. Aber war das nicht abzusehen? Ich meine... Wie viel teurer wird der? Ich suche die Daten gerade raus, solange wollte ich eure Reaktionen noch abpassen. Ja, während... Ja, ich würde aber... Ja, ich würde auch sagen, das war aber abzusehen, dass der teurer wird, beziehungsweise eine logische Folge. Wenn man die ganze Zeit Unternehmen schluckt, dann muss man auch erst wieder Geld reinholen. Ja, es wird also alles ungefähr 20 bis 30 Prozent teurer, also um die 2, 3 Euro. Der größte Wechsel oder der größte Einschnitt ist, glaube ich, dass man für Day-One-Exklusives, wie sie zum Beispiel Indiana Jones werden, wie sie jetzt das Senua, das neue Wahn, wie es ein Starfield gewesen ist letztes Jahr, ab jetzt 19,99 Euro bezahlen muss, wenn man monatlich bezahlt oder halt einen Bundle-Preis im Jahr. Man braucht Xbox Game Pass Ultimate, um Day-One-Exklusives zu bekommen. Ansonsten bekommst du nur noch 25 Games, die halt durchrotieren und die du bekommst durch Game Pass. Das ist dann schon eine kleine... Also ich bin gespannt, welche Spiele das sein werden. Und ich bin auch überrascht, dass es da nicht mal so eine andere Regel gibt, so nach dem Motto, ja, alle Games, die halt irgendwie 4, 5 Jahre alt sind von Microsoft und dem ganzen Bethesda, Kladderadatsch, sind da halt mit drin. Nee, sie machen es so, dass sie halt da weiter kurieren und gucken, welche 25 Spiele da jetzt im Umlauf bleiben, wenn du halt den Standard-Game Pass hast. Gleichzeitig frage ich mich, wer will den denn noch haben? Der ist doch super unattraktiv. Ja. Es sei denn, da ist jetzt dieses eine Spiel drin, was du eh kaufen wolltest, aber das kann dann schon eigentlich nicht mehr teuer sein. Dann kannst du dir auch einfach das Spiel wahrscheinlich kaufen für 10 Euro. Ja, ich meine, es ist ja klar, das ist jetzt ein Nudge Richtung Ultimate, weil das, was ja interessant daran ist, sind ja auch die Day-Ones. Also nur dann lohnt sich der ja wirklich, wenn du die Day-One-Spiele da drin hast, weil du sowieso alles dann da auf der Xbox spielst. Dann rechtfertigt das den Preis ja auch, wenn du sagst, nee, ich hätte mir diesen Release jetzt des Indiana Jones vielleicht sowieso gekauft und ich muss es nicht besitzen oder so. Das ist ja klar, aber man kann ja auch nachvollziehen, dass nach den ganzen Einkäufen und jetzt sind ja immer mehr Day-One-Spiele drin durch Blizzard und Activision natürlich auch, kann man schon nachvollziehen. Also ich finde es in Ordnung, sage ich jetzt mal, aus einer rein wirtschaftlichen Sicht total nachvollziehbar. Ich sehe es auch so, dass dieser normale Game Pass, für wen ist denn der jetzt noch? Der ist halt, wenn du irgendwie ein festes Spiel hast, du willst Multiplayer spielen und für Leute, die halt eine nagelneue Xbox sich holen zum ersten Mal, damit die dann halt diese 25 Standardspiele drin haben. Für alle anderen lohnt sich der doch gar nicht mehr. Spannend auch, was jetzt mit dem PC-Game Pass passiert. Der kostet 12 Euro im Monat, also auch 2 Euro mehr als bisher die 10 Euro. Aber da sind dann jetzt ja auch nicht mehr diese Exclusives Day-One dabei. Du musstest auch upgraden. Auf Ultimate, wo dann halt bei Ultimate der PC-Game Pass mit drin ist. So funktioniert das Ganze. Also da war ja auch nochmal früher so ein kleiner Tweak, dass du es machen konntest. Wenn du eh nur PC gespielt hast, hast du dir halt den günstigeren da genommen und hattest trotzdem die Day-One-Exclusives. Der Weg geht jetzt auch nicht mehr. Du brauchst also da dann auch die ganz teure Variante. Teuer in Anführungsstrichen mit 19,99 Euro im Abo. Also ich finde der Preis in Ordnung für das, was man da kriegt, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt jetzt mal rein so sieht, im Vergleich auch zu sowas wie Netflix und so, was ja auch ständig teurer wird und so. Das stimmt. Finde ich, ist der Preis Er ist realistisch. Er ist realistisch, ja. 20 Euro im Monat. Ja, für Day-One-Releases. Aber welche Day-One-Releases? Das ist die Frage. Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Wir reden hier von Xbox. Ja, und du redest aber halt auch für den ganzen Game Pass. Das ist ja nicht nur Day-One-Releases, das sind ja inzwischen irgendwie, was weiß ich, 180 Spiele oder was, die du da auf einmal klickst. Da kommt doch wahnsinnig viel raus. Die Frage ist halt, das ist immer noch super interessant, wenn du halt nur Xbox spielst oder halt nur PC, dann finde ich das nach wie vor ein gutes Angebot. Wenn du aber noch eine Switch hast und auch auf deiner Playstation spielst, den PC hast, vielleicht noch ein Handheld dazu und ein Analog Pocket und vielleicht auch mal Retro-Spiel spielst, da hast du gar nicht die Zeit, diesen 20-Euro-Service vernünftig auszunutzen. Dann lohnt sich der natürlich nicht. Und das ist oft dieser Blickwinkel, aus dem wir ja drauf gucken mit tausend anderen Systemen, die gleichzeitig um die Aufmerksamkeit abholen. Aber du musst ja auch nicht immer, du musst den ja nicht dauerhaft laufen lassen. Also du kannst ja dann sagen, gut, jetzt kommt Indiana Jones diesen Monat raus, dann abonniere ich den jetzt für 20 Euro und dann, selbst wenn ich den jetzt zwei Monate laufen lasse, habe ich für 40 Euro habe ich Indiana Jones gespielt und ich kann mal noch in Diablo reingucken, wollte ich eh schon mal machen. Ich kann noch irgendwie Call of Duty mir anschauen, wenn es dann kommt. Ist nix für mich, okay. Skip. Ah, das sind noch drei coole Indies. Also, weißt du, du musst ja so rechnen, du kannst es ja einfach abonnieren, einen Monat laufen lassen, Sachen spielen für 20 Euro, kriegst du zwei, drei Indie-Games, wenn es hochkommt. Also, das ist noch im Preisverhältnis. Da hast du vollkommen recht. Einen Zugriff, den du dann in dem Moment hast, finde ich das völlig fair, den Preis. Ja, weiß nicht. Ich hatte den Vergleich mit, also ich gucke zum Beispiel Formel 1 und ich hatte dafür Sky und da habe ich dieses, ja, exakt. So, und da gibt es nur dieses dumme Sport-Bundle, bezahlst du halt 30 Euro im Monat, damit ich mir Formel 1 angucken kann. Weißt du? Dann doch lieber 60 Euro im Jahr für irgendeinen Formel 1-Kurs. Und so fühle ich mich aber beim Game Pass auch. So dieses eine Spiel, was ich vielleicht dann ausprobieren will und dafür dann 20 Euro im Monat zu bezahlen, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist natürlich für jeden sehr individuell, ob sie jetzt beim Game Pass bleiben oder auf Ultimate upgraden oder sagen, okay, das ist jetzt überhaupt nichts mehr für mich. Aber ich verstehe deine Argumentation nicht, wenn du jetzt sagst, okay, das Spiel reizt mich, dann kaufe ich es mir halt für 60 oder für 70 oder du sagst, okay, dann abonniere ich es und mache einen Test für 20. Das ist doch günstiger dann. Also, ich verstehe dein Argument gerade nicht. Du musst ja nicht für das eine Spiel ein Abo abschließen und bist dann gebunden wie bei Sky für ein Jahr oder so. Na, wenn du es ein halbes Jahr später nochmal spielen willst, dann musst du das Abo halt wieder abschließen. Das ist halt so. Das gehört dir ja nicht für die 20 Euro. Aber ich bin auch bei dir, Manu, ich finde es nach wie vor dann günstig und die Gelegenheit ist, Probe zu spielen für 20 Euro ist sicherlich nicht vollkommen überteuert, wenn man jetzt weiß. Es ist halt so perfekt für Sommerferien, für Kids, ne? Die nehmen sich dann vielleicht von den sechs Wochen zwei Monate Game Pass und können dann wahnsinnig viel spielen, weil sie ja auch die Zeit haben. Aber wer kann seine Zeit als Erwachsener schon so gut einplanen, dass man sich sagt, okay, das mache ich jetzt zwei Monate. Ja, das ist es nämlich. Also, es ist halt sehr, ich sehe das eher wie so ein Streaming-Anbieter für Filme und Serien und so was. Also, da bin ich auch schon öfter zu übergegangen, dass ich eine bestimmte Sache nur für Serie XY doch mal einen Monat hole oder so was. Aber eigentlich ist es ja so, man möchte sich ja abends hinsetzen und gucken, was drin ist, weil man gerade Bock hat, was zu gucken. Und beim Game Pass lohnt sich das jetzt meiner Meinung nach nicht mehr, wenn der signifikant teurer wird. das halt so laufen zu lassen, um mal zu gucken, ja, was ist denn so drin, was könnte ich denn mal ausprobieren? Das finde ich irgendwie jetzt, das ist mir jetzt dann sehr zu teuer. Ich habe übrigens gerade die Dollarpreise genannt, es sind 18 Euro für Ultimate. Entschuldigung. Ja. Na gut, bin ich mal gespannt, wie seht ihr das denn? Mich würde auch interessieren, bleibt irgendjemand beim Xbox Game Pass Core Abo mit diesen 25 Spielen? Ist das für irgendjemanden noch relevant? Man braucht ja auch, und das vergisst man jetzt fast, man braucht ja zumindest das Kleinste, um Online-Multiplayer und sowas spielen zu können. Das darf man auch nicht vergessen. Immer noch so ein Überbleibsel aus der Konsolenzeit, was ich so absolut lächerlich finde. Das darf eigentlich heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr sein. Macht doch Playstation auch. Ja, das ist genauso beschissen und bescheuert. Wenn es auf dem PC kostenlos läuft, dann wird es schon okay sein für die Firmen, das eigentlich überall so anzubieten. Das ist halt eine wahnsinnige Geldmacherei. Also nicht, dass da gar keine Kosten anfallen, das sage ich nicht. Aber gerade die großen Hersteller können das schon stemmen, dass sie halt ermöglichen, dass dein Spiel, das du ja als Live-Service-Game ja offensichtlich betreibst, auch dann irgendwie bei dir Kosten verursachen. Das muss nicht noch querfinanziert werden durch die Infrastruktur bei Microsoft oder Sony, meiner Meinung nach. Ich finde es halt so tragisch, weil das ist nochmal so ein Signal, so die fetten Jahre sind jetzt vorbei. Ich fand dieses Angebot, das hat ja Microsoft auch so rausstechen lassen. Das war ja deren Ding, so Game Pass, Day One, bezahlen Zehner und du kriegst alles, was du möchtest, am ersten Tag und jetzt ist irgendwie schon wieder, ja okay, jetzt kostet es halt 18 Euro. Aber das war doch eigentlich abzusehen, hast du doch auch direkt als erste Reaktion gesagt. Es ist halt dieses typische Reinlocken und ja, dann ist der Schmerz halt doof, wenn es teurer wird, aber die meisten gehen ja mit. Der Sinn war ja immer mit diesem wahnsinnigen Angebot, wo alle sich an den Kopf befasst haben, war ja allen klar, die wollen halt alle reinlocken, alle erstmal zu Kunden machen, um sie dann nachträglich zu realistischeren Preisen ein Business draus zu machen. Weil vorher haben sie daran garantiert nicht genügend verdient. Deswegen sage ich ja, die fetten Jahre sind vorbei für uns als Konsumenten. Auf jeden Fall. Das sieht man ja auch im Streaming, was so Werbung mittlerweile auf Disney Plus und Prime und sowas angeht. Das konnte nicht ewig so weiterlaufen und das wird jetzt alles unangenehmer, weil die Leute immer mehr Gewinn machen müssen, wollen, wie auch immer. Ja, schade. Also ja, es war abzusehen, aber man kann sich trotzdem drüber ärgern, finde ich. Was Microsoft vielleicht machen könnte und was machen sie vielleicht, und das machen sie vielleicht ja auch noch zum Weihnachtsgeschäft, dass sie Game Pass Ultimate irgendwie so für ein, zwei Jahre wenigstens kostenlos reinlegen, wenn du dir die verdammte Hardware kaufst für 500 Euro oder 400, denn in Zukunft brauchst du ja nicht mal mehr eine Xbox, um die ganzen Dinger zu spielen. Sie haben ja jetzt auch Xbox auf dem Fire TV freigeschaltet. Dann kannst du halt einfach streamen deine Games, genauso wie es auf der Xbox oder dem PC geht oder auf Mobiltelefonen, geht es jetzt auch direkt mit dem Fire TV Stick in Zusammenarbeit mit Amazon direkt an jeden Fernseher, der irgendwie HDMI-fähig ist. Schon eine irre Sache, dass Microsoft selber halt so einen Spot zusammen mit Amazon produziert hat, der dann literally sagt, jo, du brauchst keine Xbox, um Xbox zu spielen. Ja, echt. Also, irgendwie verstehe ich manchmal nicht so ganz diese Taktik, die sie fahren. Also, sie wollen sich möglichst breit aufstellen, möglichst vielen Leuten ihr Angebot anbieten und präsentieren und sagen, hey, komm zu uns, das ist supergeil. Auf allen möglichen Wegen kannst du unsere Sachen spielen. Aber dann sagen sie im gleichen Atemzug natürlich auch, warum sollte ich mir eine Xbox kaufen? Also, da fragt man sich schon, ist das jetzt das Signal? Ist das der Schritt, wo sie sagen, okay, bald wird es keine Xboxen mehr geben? Weil, seht mal, was wir hier alles vorbereitet haben für euch. Weil, ja, vielleicht. Micha, ist das für dich ein Zeichen der Schwäche, dass sie das jetzt gemacht haben mit dem Fire TV Stick oder ist das einfach nur logisch und total sinnvoll aus einer Business Sicht? Das ist logisch, weil das ist ein Softwareunternehmen, ne? Das ist halt Microsoft. Also, die haben, klar. Die würden aber schon gerne mit Sony gerade den Platz tauschen und gerne so viele Xboxen verkauft haben, wie Sony Playstations verkauft haben oder Switches bei Nintendo. Aber Microsoft ist ja nicht doof, ne? Also, auch wenn die Kommunikation im Marketing ziemlich konfus ist, sitzen ja immer noch Leute, die ganz genau wissen, ob sie überhaupt eine Chance haben, Xboxen zu verkaufen. Und das ist halt natürlich schon noch eine starke Marke für, um genug noch Geräte abzusetzen, aber wahrscheinlich nicht groß genug, um jetzt nochmal in eine neue Hardware zu investieren, in das ganze Research und Development und zu sagen, hey, hey, hier ist unsere neue Xbox mit einem neuen Prozessor und so. Die Zeit ist ja lange vorbei. Also, ich glaube, dass die Series X und die XS jetzt die beiden, was war jetzt so der letzte große Versuch, um da jetzt irgendwie nochmal aufzuholen? Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt so schnell eine neue Hardware-Iteration sehen. Das würde normalerweise eigentlich deutlich schneller gehen, aber wie will man denn gegen Nintendo und Sony da irgendwie aufstocken? Also dafür, da glaube ich, dass das nicht nochmal passieren wird. Also ich halte es wirklich nicht für unwahrscheinlich, dass Microsoft irgendwann sagt, wir machen jetzt hauptsächlich einen Software-Dienst und bieten die Spiele hauptsächlich über unseren Dienst an und dass wir dann eines Tages dann halt, das was wir ja eigentlich heute schon sehen, es gibt ja schon einige Microsoft gepublishte Spiele auf der Playstation und in diese Richtung wird das auch weitergehen. Also ich glaube, in einem Jahr wahrscheinlich werden wir dann irgendwie ich kann sein, dass es in der Zeit schon passiert, werden wir ein ganz anderes Microsoft erleben. Sie haben mehrmals versucht, im Hardware-Segment größer zu werden und die können das kompensieren, weil das einfach das weltgrößte Software-Unternehmen ist und die können das ausgleichen und die Maschinen sind ja auch gut, also die Hardware ist ja wirklich hervorragend, aber nur das Problem ist, dass keiner das Ding halt kaufen will und es ist halt jetzt in den letzten Monaten oder nicht sogar Jahren hat es ja halt einfach diesen Shift Richtung PC wiedergegeben, hey, wir haben auch diesen PC-Dienst, Game Pass gibt es auch für PC und ganz viele Sachen gibt es halt eben halt auch für Playstation und du kannst halt auch Minecraft-Dungeons auf Playstation zum Beispiel spielen oder so und das ist für Microsoft, ist Hi-Fi Rush nicht auch für Playstation rausgekommen, zum Beispiel und das wird auch immer öfter passieren bei den ganz großen Xbox-Marken wie Halo oder so, ich glaube, da sind sie dann natürlich noch zögerlich, weil das natürlich ab und zu absolut mit Xbox assoziiert wird, das wäre dann so quasi, als würde man die wirklich offiziell aufgeben, aber ich glaube nicht, dass dann jetzt noch eine große Halfway-Generation kommt, was soll Microsoft dann auch machen? Also was wäre denn die Alternative? Naja, Alternativen gäbe es glaube ich schon, wenn man halt ähnlicher agieren würde oder ähnlich erfolgreich agieren würde mit den eigenen Produktionen, wie das ja die Konkurrenz auch schafft. Es ist ja nicht so, dass der Weg unmöglich war oder sie es nicht auch schon mal geschafft haben in der Generation zur Xbox 360, als sie da innovativ waren im Online-Gaming und auch genügend exklusive Spiele hatten und gute Lizenzen. Es fühlt sich daher für mich nicht so an, als würde Microsoft gerade da den Pionierweg gehen und Vorarbeit leisten für die Zukunft. Es ist für mich schon eine negativ besetzte Konsequenz aus den eigenen Verkäufen und dem, was sie eigentlich versucht haben und woran sie jetzt am Markt gescheitert sind. Manu, oder würdest du das komplett anders sehen? Ich würde nicht sagen, dass sie gescheitert sind. Ich glaube halt einfach, die halten sich halt alle Optionen offen. Also ich meine, sie machen halt das, was die anderen nicht machen, nämlich Xbox as a Service anzubieten, was die anderen nicht können, weil die alle anderen an ihre spezielle Konsole gebunden sind. Deswegen finde ich, ist das super smart, was Xbox da macht. Das scheint doch aber lukrativer zu sein, als alles als Service zu verramschen. Ansonsten hätte man, ansonsten würden die anderen doch auch genauso jetzt schon sagen, ja klar kannst du Last of Us streamen auf die Switch, wenn das klüger wäre und mehr Geld machen würde. Es gibt ja auch Streaming-Games auf der Switch, die sind ja nur bei uns in Deutschland wegen dem scheiß Internet und Mobile-Daten und so nicht besonders beliebt. Aber die Zukunft geht da ja hin. Also ich finde, Xbox ist da einfach einen Schritt voraus. Ja, denke ich auch. Also ich meine, das ist doch auch clever. Ich denke schon, dass es clever ist. Lass die anderen doch die Arbeit mit der Hardware machen. Lass doch Sony, die haben ihre Playstation, alle kaufen Playstations. Die Leute, die weniger Ahnung haben, kaufen vor allen Dingen auch Playstations. Also die, die sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigen, hey, ich hab Bock Spiele zu spielen, was hole ich denn eine Playstation? Und gerade seit der PC wieder so am Kommen ist, seit Nvidia da wieder die weltweit wichtigste Firma der Welt geworden ist. Aber Microsoft wäre gerne Nvidia zum Beispiel auch geworden, mit eigenen Chips, mit den Arm-Geschichten, die sie gemacht haben. Und das haben sie alles halt nicht erreicht. Nee, haben sie halt nicht. Die haben auch den Mobile-Markt verpennt. Das wissen wir ja. Microsoft ist erfolgreich, aber hätte viel erfolgreicher werden können. Das wissen wir ja. Aber ich finde, da gehen sie jetzt wenigstens mal in die richtige Richtung, dass sie sagen, okay, wir haben den Zug verpasst. Okay, wir haben es nicht geschafft. Einfach konsequent. Wir haben es nicht geschafft, mit der Playstation auf der Hardware-Ebene zu konkurrieren. Was ist denn unsere Alternative? Und dann haben sie den richtigen Weg eingeschlagen und haben gesagt, naja, dann lass es uns halt einfach als Service verstehen. Man kann trotzdem noch eine Xbox-Konsole kaufen. Das ist immer noch die beste Erfahrung, wie sie selber dann ja auch sagen. Deswegen glaube ich schon, dass wir noch eine Weile Xbox-Konsolen haben werden. Aber ich jetzt als PC-Spieler zum Beispiel, für mich ist es sehr viel angenehmer, seit einigen Jahren einfach die Xbox-Spiele auf dem PC zu spielen. Bitte auf Steam, ja. Da habe ich den Widescreen-Support, da habe ich trotzdem mein Savegame. Ich kann es trotzdem auf der Xbox weiterspielen, mein Forza Horizon und so. Also für mich ist das der ideale Weg, den Xbox da eingeschlagen hat, dass ich mit dem Ultimate Pass einfach zack, zack, egal auf welcher Plattform ich das spiele. Und wenn ich in Zukunft auch noch Game Pass auf der Switch unterwegs spielen kann oder auf dem Steam Deck, also wenn das jetzt nativ mal auf dem Steam Deck irgendwie auch verfügbar wäre, nicht irgendwie über Umwege. Also großartig. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Xbox ein Handheld in Arbeit hat, was die Hardware angeht und in die Richtung auch weiter expandieren wird. Ich bin ja immer noch nicht ganz zufrieden und ganz abgeholt, was dieses Cloud Gaming angeht. Also ich spüre immer noch eine Latenz. Ich habe auch immer noch, wenn ich das dann ausprobiere, alle, ja sagen wir mal, 30 Sekunden so ein Bildstotterer drin, wo dann alles krisselig kurz wird und er wieder da ist. Und das sind schon Sachen, die mich rausholen, wo ich sagen würde, dass jetzt vielleicht nicht gleich den ganzen Aufpreis von Game Pass Ultimate und alles nativ und eine 500-Euro-Konsole wert. Das vielleicht nicht, wenn man realistisch drauf guckt. Aber es ist definitiv die deutlich schlechtere Erfahrung mit mehr Input-Lag, mit mehr Merkwürdigkeiten, mit komischen Auflösungen, die dann nicht so nativ gut skalieren auf deinen Fernseher oder deinen Monitor, wie du ihn hast. Und es ist definitiv nicht das, was ich mir wünsche als Privatperson. Ich würde lieber auch von Microsoft eine geile Hardware mit geilen, exklusiven Games haben, die auf Augenhöhe konkurrieren. Und das tun sie offensichtlich nicht. Dadurch gehen sie einen Weg, der für mich insgesamt weniger attraktiv ist, als wenn sie jetzt eine geile Hardware hätten, die Charakter hat, wie ein Gamecube oder eine Dreamcast oder wie auch immer. Ja, überleg doch mal. Sorry. Nein, 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 mach ruhig. Erzähl. Also aus der Sicht von Microsoft, ja, also wir haben weniger Konsolen abgesetzt, aber alle anderen haben wahnsinnig viele Geräte gemacht. Also die Playstation ist sehr stark verteilt. Die Steam Deck ist jetzt auch relativ stark verteilt und alle möglichen Leute haben Xbox, haben sowieso schon PCs und so. Warum denn dann eine Xbox bauen? dieses überhaupt erst mal investieren, wenn es viel einfacher wäre, die ganzen Sachen überall woanders anzubieten. Und es ist halt einfach eine Frage der Verbreitung. Also ich finde das jetzt auch sehr viel cleverer. Auch gerade die Verteilung, weil die Diskussion geht ja jetzt vom Firestick aus. Wie viele Leute haben Firestick? Also Amazon hat die Dinge halt einfach raus. Gut, geht nur mit dem Neuesten, aber ja. Ja, aber Amazon raut die Dinge noch raus. Also die subventionieren das Ding noch irgendwo. Ja, das ist übrigens auch meistens keine gute Erfahrung, meiner Meinung nach. Ja, aber die verkaufen das doch auf Amazon zu einem Rampfpreis und wahrscheinlich jetzt auch, sind jetzt demnächst irgendwie, glaube ich, auch wieder Prime Days und so. Da werden auch Bundles kommen, dass du halt ein Firetivistik kaufst und dann drei Monate alte mit drauf kriegst. Genau, was die jetzt hinkriegen müssen und das ist, ich glaube, das ist jetzt die Fallhöhe, die Microsoft hat. Die müssen es so gut wie Steam machen und das wird schwer. Steam ist halt schon sehr, sehr gut, was den Service betrifft und das ist halt das, was die nicht geschafft haben, ist, dass die früh genug erkannt haben, dass die Leute Bock auf diesen Service haben und der Steam-Server ist fantastisch, das kann man nicht anders sagen. Der ist sehr, sehr gut. Und auch die ganze Infrastruktur, auch wenn du immer sagst, das Spiel, was mir als Similar Game vorgeschlagen wird, ist nicht so gut, aber zumindest das, was ich am Anfang auch in der Vision gesagt habe, die haben quasi so dieses eingebaute Mi-Feature, der dich immer begleitet hat. Wenn ich meinen Steam aufmache, dann sehe ich auf einmal 20 Jahre Gaming-History auf einen Batzen und das ist mega geil. Und das hat Microsoft jetzt verpasst und man hat an den Epic-Store gesehen, dass es nicht so einfach ist, so einen Store aufzubauen. Epic, die eigentlich die Ressourcen haben, das zu machen, haben sie auch nicht so hundertprozentig hinbekommen bisher und das wird eine Challenge, aber wenn Microsoft das geschafft hat und das hingebekommen hat, also die Verbreitung haben sie. Wenn sie diesen Service auch hinbekommen, dann sind die Feind. Also die brauchen sich da gar keine Sorgen zu machen. Scheiß dann halt auf Xbox-Geräte. Na gut, noch haben sie den Service ja nicht hinbekommen. Ich merke nur so an Games for Windows erinnern und auch die aktuelle Xbox-App, das ist alles eine Katastrophe. Von daher will ich mal nicht mit Vorschlusslorbeeren da verteilen. Die müssen schon echt deliveren. Das ist doch genau das, was ich sage. Das ist genau das, woran sie jetzt arbeiten müssen, aber nicht an der neuen Hardware. Aber findet ihr nicht, dass es gerade für uns in Deutschland einfach undenkbar ist, weil unser Internet halt wirklich Jahre, Jahrzehnte zurückliegt? So, wenn ich in Rumänien wohnen würde und Internet für acht Euro eine Hunderttausenderleitung hätte, wo alles smooth ohne Ende läuft, dann vielleicht so. Und aber bei uns in Deutschland, wo wir echt, also ich, wie oft ich Internetprobleme und ausfälle und so, ich kann sowas gar nicht. Ich kann gar nicht Games irgendwo weg runter streamen. Ich brauche die. Ich muss die runterladen und installieren, weil sonst läuft das eigentlich. Und dann noch einen 100 GB Patch runterladen einen Tag lang. Ja, so ist es, aber anders geht es gar nicht. Und deswegen finde ich, für uns in Deutschland ist dieses Angebot total problematisch und völlig ungeeignet. Ja, da sind wir auf jeden Fall individuell abgehängt. Das stimmt. Da würde ich dir zustimmen. Aber das ist dann eine andere Baustelle, für die Microsoft natürlich auch. Da können wir nichts für. Das stimmt. Da müssen sie den Helmut Kohl mal ausgraben. Das ist doch schön. Kommen wir doch zur letzten News. Once Human sammelt eure Daten, also die Daten von Manu. Manu. Unsere ja nicht. Ich glaube, jetzt will ich das doch nicht mehr installieren. Welche Daten sind das denn? Ist das schlimm oder machen sie damit das Game besser, Manu? Weiß ich doch nicht. Also, ich bin da echt, also, Datenschutz ist schon wichtig und so, aber wenn ich ein Free-to-Play-Spiel installiere, dann weiß ich, dass ich meine Seele verkaufe. Weil warum soll ich das Spiel umsonst kriegen? Naja, klar, weil sie meine Daten haben. Das ist Realität. Da muss man sich auch nichts vormachen. Natürlich haben die eine Euler drin, wo die irgendwie alles Mögliche von dir abfragen wollen. Wie gesagt, es ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Es ist jetzt nicht hart kommerzialisiert von der Paywall. Deswegen, wo soll das Geld herkommen? Indem sie dir halt spezialisierte, personalisierte Werbung ausschütten in irgendeiner Form oder was auch immer. Also, NetEase ist da sicherlich nicht ein zahmes Pflänzchen, was ganz sorgsam mit deinen Daten umgeht. In der Realität leben wir, glaube ich. Aber es wäre sicherlich nicht das erste Free-to-Play-Spiel, was meine Daten hat und spolt. Aber es muss ja einen Grund geben, warum gerade hier alles so explodiert. Also, in diesem Artikel, den ich hier verlinkt habe, wird ja alles aufgezählt, was da drin ist. Namen, Kontaktdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Telefonnummern finde ich schon immer creepy. Das ist schon richtig. Warum wollen die jetzt Annes Telefonnummern, weil die in meinem Telefonbuch drin ist, zum Beispiel? Age, Gender, Country, Region, Postadresse, Messengers, die du hast und so. Also, du gibst quasi alles ab. Wirklich alles. Und deren Rechtfertigung ist halt, ja, wir bewegen uns innerhalb der Gesetze, wir brechen keine Gesetze und cool. Und das ist so shady einfach, finde ich. Ja, wir brauchten jetzt eure Reisepassnummern, um das Ganze ein bisschen zu verbessern. Das ist dann einfach logischer. Ja. Es ist halt nicht cool. Sie sind halt innerhalb der Gesetze, das ist ja genau das Problem, was wir da haben, dass halt sowas trotzdem erlaubt ist. Was sie damit anfangen, shady. Shady ist es definitiv, ich weiß es auch, aber ich habe das irgendwie seit einiger Zeit akzeptiert, seit ich das erste Free-to-Play-Spiel installiert habe. auch immer die Frage, wo es halt hingeht. NetEase finde ich jetzt schon so leicht ungeil. Bei Valve würde ich es mir überlegen, da ist dann zumindest keine große Company hinter, die sind privat und alles sowas. Man muss echt eigentlich so eine Fall-für-Fall- Entscheidung treffen, wo sind die Daten, weil alle wollen deine Daten und sobald du dich mit dem Internet verbindest, hat auch immer jeder irgendwo deine Daten. Willst du jetzt, dass die Telekom seine Daten hat, eher als Vodafone oder eher als O2? Das sind schon mal drei ganz elementare Entscheidungen in Deutschland, die du zu treffen hast. Es ist vielleicht ein bisschen zynisch, aber seit ich mich bei Facebook angemeldet habe wegen Bejeweled Blitz, kein Witz, ist der Zug halt abgefahren. Aber wieso? Du musst ja da nicht sein. Aber die haben doch nicht deinen Pass. Aber hat er auch gekündigt und alles löschen lassen. Deinen Pass haben die doch nicht, oder? Meinen nicht. Nee, aber hier geht es ja spezifisch um Government-Issued-ID. Passport-Informationen und sowas alles. Aber woher sollen sie das denn haben? Ja, weiß ich doch nicht, was man da auch... Weil es diem hinterlegt ist, vielleicht durch eine Klinik-Karte oder sonst was, ja. Das sind so Sachen, also muss man sich halt überlegen, was man alles machen möchte oder man sagt halt Scheiß drauf. Manu, ich kann dich ja verstehen. Ich habe auch lange Zeit so gedacht wie du und habe dann aber halt zu viele Menschen kennengelernt, die genauso gedacht haben und die, das geht halt so lange gut, bis es nicht gut geht und wenn es dann einmal scheiße läuft, dann ist dein Leben ganz kurzzeitig, zumindest mal für so ein halbes Jahr, so mega am Arsch, wenn du alles austauschen musst und vielleicht auch noch Geld dadurch verloren hast, dein Computer gehackt wurde, wichtige Daten wechseln, deine Bilder, sonst was. Kann halt auch dir passieren. Ich will dir nicht zu nahe gehen und ich will es dir auch nicht wünschen. Kann mir passieren auch, obwohl ich mich versuche zu schützen, wie es geht. Es ist ja nicht so, dass ich es auf die leichte Schulter nehme. Ich habe einen Passwortmanager und so Geschichten, ich tausche Passwörter aus, ich schreibe die nirgends auf, außer in dem Passwortmanager und solche Geschichten. Also ich achte da schon drauf, auch was ich für Daten selbstbewusst teile, also Kinderfotos und so zum Beispiel nicht auf Facebook und solche Geschichten. Also ich glaube, ich bin da schon sensibel, aber halt da habe ich halt so wenig Kontrolle drüber. Also ich sehe halt, es ist halt so unbewusst, also weißt du installierst dieses Spiel und wer liest denn diese Euler? Natürlich liest du das nicht. Natürlich habe ich das jetzt hier auch gesehen, was die alles haben, aber da denke ich mir halt, naja, also das ist halt glaube ich schon lange in der Welt so bei diesen Anbietern und was machen die damit? Ich denke halt in der Regel werden die damit Werbung ausspielen. Ich glaube nicht, also ohne jetzt den Firmen zu nahe treten, natürlich traue ich denen jetzt nicht, aber ob jetzt Valve oder Epic oder NetEase meine Daten haben, ich glaube, das macht nicht mehr ganz so einen großen Unterschied. Klar ist immer noch ein bisschen ein Unterschied, wenn da der chinesische Konzern mit drin hängt, ganz klar, das glaube ich schon auch, dass da ein bisschen mehr mit den Daten dann gemacht wird oder auch versucht wird. Haben wir ja auch gesehen bei der Wahl in USA, was da an Bots dann kreiert wurden, um Targeting und sowas zu generieren und solche Geschichten. Aber ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, sich dem bewusst zu sein, es zu haben, aber so arg... Und das dann zu ignorieren. Und das dann zu ignorieren. Das ist das, was ich tatsächlich so ein bisschen schade finde, weil zumindest bei Facebook weiß oder bei Meta weißt du es ja, die Daten, die du da alle hast, landen alle bei BlackRock und damit halt alle überall und in jeder verantwortungslosen Idee, die man sich nur vorstellen kann in diesem Bezug. Was ja der Grund ist, warum ich gar nichts mehr mit diesem Konzern zu tun habe und leider auch auf Services, die ich genossen habe, wie Instagram inzwischen verzichte. Ja, oder WhatsApp. Ja, oder WhatsApp. Bin ich halt auch nicht bei. Ich benutze nur Signal. Das sind einschneidende Sachen, aber es ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre. Du bist nicht auf WhatsApp angewiesen in der deutschen Gesellschaft. Kann mir keiner erzählen. Dann würde ich ja komplett isoliert sein und das bin ich nicht. Hat jemand was von mich gehört? Das ist ja so still in unserer WhatsApp-Gruppe. Ach, schön. Dann lasst uns doch lieber zum Rausschmeißen nicht über sowas reden, sondern über unseren Lieblingswochentag. Den möchte nämlich der gute Alain wissen. Haben wir einen solchen, einen Lieblingswochentag? Möchten wir ihn heute in einem öffentlichen Podcast preisgeben und der Datenkrake Internet überlassen? Genau. Oder wollen wir ihn für uns behalten? Nein, darüber sprechen wir natürlich. Ich finde, das ist ein witziges Thema, weil ich dachte, lange Zeit, ich bin der einzige Mensch, der einen Lieblingswochentag hat, aber im Internet findet man ja immer witzige Leute, die genau die gleichen Diskussionsthemen haben. Die gleichen Kinks. Ja, genau. Ich finde, es ist gar nicht so leicht, aber wenn ich mich darauf festlegen müsste, wäre es Sonntag. Sonntag hat den großen Nachteil, dass danach Montag kommt. Richtig, Anne, ich wollte es gerade sagen. Super, dass du es gesagt hast. Ich weiß das, aber am Sonntag kann man immer noch alles machen, was man möchte, weil man hat frei und meistens kommt eine geile Sportart, die man sich angucken kann. Ab September kommt wieder Football sonntags, Formel 1 ist immer sonntags und ich finde, das sind so Sachen, da freue ich mich immer drauf, das mag ich gerne und ich mache dann halt, Football ist zum Beispiel auch bei mir immer eine Teamsache, also das schaue ich nie alleine, das schaue ich immer mit einem Kumpel zusammen und wir machen dazu Essen und es gibt geilen Oreo-Shake und richtig geile Snacks und sowas. Das sind immer Sachen, die kann man gut machen. Man kann auch sonntags einen geilen Ausflug machen mit Freunden oder Familie oder sonst irgendwas. Also manchmal ist der Sonntag ein verlorener Tag, weil man zum Beispiel von irgendwo wiederkommen muss und der besteht aus Rückreise und Zuhause-Ankunft. Dann ist ein Sonntag vielleicht nicht so super, aber generell würde ich sagen, die besten Tage, die ich so habe, sind Sonntage. Aufgrund des Event-Charakters. Ja. Manu, wenn du picken müsstest oder was? Also mein Lieblingswochentag ist immer der, an dem Tennis ist. Wo ist eigentlich der Tennis-Cast? Ich habe doch neulich über ein Tennisspiel geredet. Die sind leider halt nicht so besonders gut geworden. Leider, leider. Ähm. Lieblingswochentag? Ähm. Nö. Du magst jeden Tag der Woche als endloser Optimist? Also klar, es gibt schon so feste Tage, wo halt bestimmte Dinge sind, wie jeden Dienstag ist halt immer einen fixer Spielerabend mit zwei guten Freunden, den ich sehr genieße und so. Aber, ähm, es hängt für mich dann gar nicht so sehr am Wochentag, sondern halt durch, ich meine, wer weiß, das hat sich da auch mal verschoben, der war halt mal am Mittwoch. Jetzt ist Tennistraining am Mittwoch, jetzt ist es ab und zu Montag. Mittwochentaufnahme immer am Freitag, also Freitag natürlich der Lieblingszeit. Aber was ich sagen kann, äh, um in dem Kontext mal so zu, zu bleiben, dass ich gar nicht so sehr aufs Wochenende fixiert bin, ähm, wie, wie klassisch, durch die Selbstständigkeit. Ja. War das, in den Bürozeiten war das anders, habe ich mich natürlich auch, klar, logischerweise, auf Freitag, Samstag und so gefreut, weil dann halt, äh, mehr Family Time mit den Kindern einfach da ist, ja. Also, wenn die Kinder klein sind, man ist im Büro, das hat sich jetzt ja komplett geändert, seit ich halt nur noch zu Hause bin, ist dieses, diese Wichtigkeit von so einem Wochenende halt komplett weg, so, ja. Also, wenn, wenn ich jetzt merke, ich brauche heute irgendwie einen Tag Auszeit, dann nehme ich mir halt an einem Donnerstag einen Tag Zeit und gehe irgendwie mit meiner Frau wandern oder so, ja, oder ins Freibad oder was auch immer. Da muss ich nicht aufs Wochenende warten. Deswegen finde ich das zum Beispiel eins der großen, der großen Vorteile, dass man nicht so auf diese Wochentage fixiert ist, wenn man nicht einen festen Job hat. Aber ich wähle jetzt den Dienstag für Brettspielen. Der Independent Manu hat keinen festen Lieblingstag, außer Dienstag. Wie ist es bei Micha? Das ist eigentlich sehr ähnlich. Also, bei mir ist es ähnlich wie bei Manu, sehr dynamisch. Aber ich reagiere so auf Vibes, wenn Leute um mich herum sich auf irgendwas freuen oder wenn sie, weiß nicht, Feiertag haben und so. Und deswegen mag ich Montage nicht, weil die Menschen meistens dann eher genervt sind. Und man geht dann halt, wenn man dann zum Beispiel mit der Bahn fährt oder so, dann merkt man halt eben, dass einfach die viele Leute einfach nur Bock haben und so. Und ich finde deshalb eigentlich meistens dann auch die Atmosphäre drumherum am Wochenende tatsächlich auch angenehmer. Also, da bin ich eigentlich auch so bei Anne. Der Sonntag ist ziemlich cool. Also, gerade Sonntagnacht. Also, wenn man halt abends unterwegs ist, dann sind die Leute wirklich sehr entspannt. Und ich mag dann wahrscheinlich aus diesem Grund den Samstag auch am liebsten, wenn es um diese Stimmung geht. Weil da sind die Leute so, das ist so gerade am Anfang des Wochenendes. Die meisten haben da jetzt gerade Lust, sind aktiv. Da ist die, die sind halt auch ausgeschlafen vom Freitag. Und das ist eigentlich sehr angenehm. Aber ansonsten ist es eigentlich egal. Also, es geht halt eher um die Leute um mich herum, die dann natürlich auf diese Wochentage reagieren. Weil viele davon in diesem festen 9-to-5-Schema drin sind. Und da spürt man das natürlich krass, dass sie diesen Rhythmus haben. Davon abgesehen, ist es mir eigentlich wie bei Manu völlig gleich. Also, es gibt irgendwie keinen Wochentag, den ich da jetzt irgendwie großartig präferiere. Ich merke aber, dass am Montag mir vermehrt Sachen ein bisschen stärker auf den Sack sind. Am Montag ist es schon mal nicht. Am Montag ist es nicht. Ja, was daran liegt, dass andere Leute keinen Bock auf den Montag haben. Nach dem Ausschlussverfahren kommst du vielleicht so auf einen Tag. Ja, weißt du, kriegst du Montag so merkwürdige E-Mails irgendwie. Also, manche sind motiviert und haben Bock auf den Anfang der Woche. Die Woche ist halt frisch und dann kriegst du morgens um 9 Uhr eine E-Mail oder so. Und die ist dann motiviert und wow, die Woche fängt jetzt gerade an, auch, dass am Donnerstag zum Beispiel Leute eher platt sind. Also, dann so, Donnerstag ist da meistens so der, wo die genervten Nachrichten kommen oder die Leute ein bisschen nicht so gut drauf sind. Das spüre ich dann halt. Aber montags, aus irgendeinem Grund häufen sich Termine am Montag. Also, wenn du am Montag Termine hast und das sind Dinge, die du auch vorbereiten musst, sagen wir mal zum Beispiel einen Vortrag oder sowas, dann nutzt du immer das Wochenende. Das finde ich halt scheiße. Also, ich finde eigentlich Termine besser, die irgendwie so vor dem Wochenende sind und dann kannst du dich halt auf das Treffen mit deinen Freunden irgendwie konzentrieren, als wenn du weißt, du hast montags irgendwie einen Abgabetermin. Das ist immer ätzend, weil du dann halt natürlich psychologisch auch das Wochenende mit nutzt und dementsprechend kein erholsames Wochenende hast, weil du dann halt nicht die Freizeitaktivität mit deinen Freunden wahrnimmst, die dann wahrscheinlich dann auch nur am Wochenende Zeit haben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen doof. Also, deswegen mag ich es eigentlich auch nicht Termine am Montag zu machen. Ich hasse es auch, diese Termine meinen Studenten zu geben für Abgabetermine, aber die haben sonst überhaupt gar keine Zeit. Die sind meistens berufstätig und können dann nur am Wochenende irgendwie was machen, aber ich denke dann immer, scheiße, ey, die Leute müssen doch auch mal Freizeit haben. Aber montags finde ich deshalb unangenehm, weil das immer so, da häufen sich sehr, sehr viele Sachen. Erstaunlicherweise ist der Dienstag dann für mich meistens am entspanntesten von den Wochentagen jetzt, weil dann ist der ganze Rough am Montag so erledigt so und dann ist auch jeder einfach mal so, hat einfach alles mal so rausgehauen und Dienstag passiert dann meistens relativ wenig. Also, dann kann ich mich relativ entspannt in irgendwelche Konferenzen oder so rein. Also, ganz ähnlich wie Manu auch. Ein Argument, das natürlich noch für den Sonntag, den Anne gewählt hat, spricht, ist, dass da der LeBrunsch immer erscheint und wir uns dann auf eure Kommentare freuen können, auf Discord und per E-Mail und Feedback. Das ist doch auch ein schönes Argument für den Sonntag. Trotzdem ist das nicht mein Lieblingstag. Ich fühle mich, also für mich ist es aber auch schwer. Jeder Wochentag könnte immer der Schönste sein oder der Schönste werden. Da habe ich eigentlich keine große Präferenz. Es gibt allerdings eine Lieblingsnacht, die ich habe, aktuell, also auch das hat sich schon über mein Leben hin immer mal verschoben. Aber die Nacht von Freitag auf Samstag ist eigentlich die, auf die ich mich immer am meisten freue, weil da auch, wie ihr schon beschrieben habt, von den meisten Menschen die meiste Last abfällt und sie am relaxsten und entspanntesten sind. Und wenn ich so einen schönen Freitagabend entspannt so mit Discord auf der einen Seite und einer Unternehmung, die ich mir vorgenommen habe, irgendwie ein neues Spiel ausprobieren, eine neue Hardware rumfummeln, irgendwie was am Fernseher rumstellen oder was weiß ich, was das ist, was ich mir so vornehme in meiner Freizeit, dann mache ich das meistens halt von Freitag auf Samstag bis tief in die Nacht hinein. Und das sind so meine Lieblingsnächte, das darf dann auch mal gern bis zwei gehen und da bin ich dann einfach nur ich für mich allein. Das streame ich auch nicht, ganz bewusst, weil Freitag ist einfach Michi-Time, nur für mich. Und deswegen mag ich die am liebsten. Die gruseligste Nacht ist tatsächlich die von Sonntag auf Montag, weil alle da schlafen gehen und es sehr, sehr still ist. Aber gleichzeitig die entspannteste, ja, also es ist wirklich, es ist interessant. Limitless Spaces in dieser Nacht. Total, total, wirklich. Also wenn man mal, wenn man so außerhalb des Nine-Five-Rhythmus irgendwie ist, dann spürt man das schon, dass dann, dann ist plötzlich richtig totenstill draußen. Von Samstag auf Sonntag natürlich nicht, da wird gefeiert, aber dann sind, Sonntags sind alle platt und wollen einfach nur pennen. Montag fängt dann halt der normale Arbeitszyklus an. Es ist in der Innenstadt schon eine andere Atmosphäre dann. Auch ganz angenehm. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euer Lieblingswochentag ist und natürlich auch eure sonstigen Meinungen zu den, ja, sehr variablen, variantenreichen Themen, die wir heute wieder besprochen haben. Und so soll es auch nächste Woche wieder sein. Wir wissen noch nicht genau, welche Episoden nächste Woche erscheinen werden, aber es werden welche erscheinen und sie werden alle Bombengranaten stark sein, so wie die letzten es auch immer gewesen sind. So sage ich es voraus und so wird es kommen. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüssi Kowski. Tschüss. Ciao. Ciao.